Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve und wir spielen heute für euch Martha is Dead. So und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. So, ich bin Julia. Julia, Julia K., gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf. Siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun, auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter. Also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein. Ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. So, danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich habe Nanni geliebt und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender und immer wie neu. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen, obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Die Arme, das ist unfair. Das Leben ist manchmal unfair, Schatz. Aber so ist es und wir müssen lernen, damit umzugehen. Na gut, ich versuch's. Aber das macht mich so wütend. Weiter, Nanni. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau, in den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Das war ja eine ganz tolle Nacht. Gute Nacht, die Schichter. Oh Mann. Ich habe fast drei Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren. Und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Und wir sind im Spiel. Neues Kapitel, der See. Okay, wir können jetzt anscheinend ein Foto machen oder ein Fotoapparat mitnehmen. Sie sieht ihn sich nur an. Film abrollen. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Ach, die Kuh, ey. Neue Filmrolle rein. Neuen Film reinlegen. Wieder zusammen. Kamera zumachen. Film laden. Timer aktivieren. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Das ist ja gut. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Was? Ist das ein Mensch? Ich muss ihm helfen. Okay, das geschieht jetzt von alleine. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ich bin fertig. Tschüss. Oh nein, das sind die weiße Frauen. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester, mein Zwilling, ein Teil von mir. Tod. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ich muss ruhig bleiben. Ach du Schande, ey. Martha ist nicht tot. Ihr Spieltitel sagt was anderes. Ach du Schande. Das ist nicht wahr. 44. Es ist alles in Ordnung. Martha. 26. Februar 1923. Schande. Ist alles okay? Bist du verletzt? Ja, wie? Wo? Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu. Und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft. Und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Dann fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Okay, wir geben uns jetzt... Ich musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. Ach so schön. Neues Kapitel, die Leiche. Ein Tag nach Marthas Tod. 22.30 Uhr. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib deinen Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, O Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Okay, Space und interessante Punkte hervorzuheben. Aha. Oha, das sind eine Menge. Ja, krass, krass, krass. Okay, also wir geben uns jetzt als unsere Taube tote Schwester aus. Und unsere Mutter hasst uns. Warum hasst uns unsere Mutter? Was haben wir getan? Wieso? Wow. Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Ach, der Schammer. Ja, tatsächlich kann man hier, glaube ich, gar nicht so viel wirklich reden in dem Spiel irgendwie, weil alles fantastisch vertont ist. Was ist aber da? Briefe? 17. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. 17. Juli 1944. Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Oberstleutnant Berichterstatter. Schön. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Interessant. Alle drauf in so einer Fotooptik. Der Herrscher. Was haben wir noch? Telefon. Es gibt keinen Grund das Telefon jetzt zu benutzen. Okay. Was haben wir hier vorne? Feuerzeug. Okay. Damit können wir irgendwo hin. Kann ich es auch wieder ablegen? Na toll. Wir sind... Papas Oboa. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zuhause ist, versteht sich. Ja, jetzt wahrscheinlich wohl nicht mehr, weil du spielst jetzt die taube Schwester. Ey, wir sind jetzt auf ewig verflucht mit diesem Feuerzeug rumzulaufen. Ach nee, wir müssen die Kerzen anbauen. Oh, also diese Totenaufbahrung ist ja auch eine Tradition tatsächlich in vielen Ländern. Für die Abschiednahme, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst. Wie schlimm ist, wir dürfen ja auch nicht antworten. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Oder darauf reagieren tatsächlich. Sie kann keine Sekunde still sitzen. Kann ich es jetzt wieder zurücklegen? Achso, ist es weg. So, Vater, was ist hier los? Gucken wir uns noch mal an. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Diese Jagdgewehre gehören nicht Papa. Er ist nie auf die Jagd gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Theoretisch dürfte ich jetzt nicht die Blumen holen, weil ich gehöre sie ja nicht. Na, bist du wohl? Papa, Mama und meine Großeltern. Oh, bitte raus. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. Tja, ernst ist eigentlich schlafen. Okay, was... Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. In unserer Villa müssen es sogar noch viel mehr sein als hier. Okay. Wir haben noch eine Villa. Interessant. Stockduster draußen. Papas Stöcke. Sie sind so schön, aber... Ich weiß nicht warum, aber sie haben mir immer Angst gemacht. Ne, das kann ich mir vorstellen. Hol dir die Blumen bei Mutter ab, bevor sie wieder sauer wird. Okay, das sollen wir also doch machen. Gut. Muss ich wie immer alles machen? Erich, jetzt mach du mal! Jetzt mach du mal. Ich gehe besser. Sonst wird sie noch ernsthaft böse. Okay. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. Wo sollen die Blumen hin? Arla, Londra. Transmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Ah, okay. Sie sind da an la pioncia. Ja, ganz wichtig, dass die Blumen jetzt hier stehen. Okay. Ja? Was sollen die Leute auch denken, wenn sie hier kommen? In der Nacht. Mann, Mutter. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Na, Mutti vielleicht? Aber das Spiel sieht wahnsinnig gut aus. Erich! Erich, wach auf! Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Hm? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter. Deine Tochter. Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Julia? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich... Machtwort sagen jetzt hier. Ernst. Nimm mal deine Frau auf Linie, wenn die so einen Scheiß redet hier über die tote Tochter. Das ist ja fürchterlich. Wir haben das getan, um zu schaden. Ja. Dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen. Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen. Oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsatal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer Feigentat verbergen? Das hoffen die Karabiniere, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Boah, wie kann denn die Mutter so sein, ey? Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ach du Scheiße. Äh. Warte. Fert. Okay, falscher Weg. Ich. Martha. Verlore. Ihre. Seele. Gott. 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 Madonna. Santa. Oft, ist das heftig. Oh Gott. Ich. Stahl. Ihre ... Identität. Gott. Da ist er schon richtig krass inszeniert. Gott, du Gott, du Gott. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Nein! Oh, wie schnell ich die Sicht runter. Das ist finster. Das ist finster. Hohohohohoho. Leute. Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Oh Gott. Oh Gott. Das war einer der Flüsterer. Oh. Oh, ey. Heftig. Heftig. Feuer. Ja. Ja. Auch noch nicht so gesehen in dem Spiel. Und selber gemacht. Jemand die Halt von sich ziehen. Es war nur ein Traum. Ja, Gott sei Dank. Ein schrecklicher Albtraum. Was für einer. Diese schreckliche Frau. Und das Gesicht meiner Schwester. Diese schreckliche Frau, ne? Wie war die Frau? Und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Marthas Seele einfangen? Neues Kapitel. Das Zimmer. Oh. Das ist schon wieder viel Bilder, ey. Mann. Dabei ist hier alles so schön und hell. Ja, der Zimmer ist wirklich schön. Gefällt mir. Sehr meliterran. Toll. Dies ist Marthas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Okay, das ist verschlossen. Was haben wir hier? Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Mhm. Ja, das wäre natürlich ein bisschen verräterisch. Irgendwie, wir sollten schon Marthas Klamotten tragen. Der Magier. Unser schönes Zuhause. Trotz allem bin ich lieber hier. Okay. Also die italienische Villa. Irgendwie. Sind wir gerade in der? Oder? Oh, nur guckt euch das doch mal an. Oh, man, 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 man. Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Das ist wirklich schön gemacht. Nani kommt mich bald besuchen. Ah, das ist Nani. Zeig mal. Ich würde ja nochmal aufzoomen oder so. Aber... Geht nicht. So, hier haben wir unser Schmuckkästchen. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Und der Schlüssel dafür? Ist wo? Den hab ich wo? Ich bin bereits angezogen. Achso. Verstehe. Hier haben wir noch ne Tasche. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Na dann, äh, B um Tasche zu öffnen. Da ist der Schlüssel. Ja. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. So. Dann öffnen wir das mal. Ah. Das Tagebuch. Okay. 12. Juli 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben. Ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa. Der Krieg. Und all die anderen Sachen. Nani hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nani mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nani ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren. Und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal. Ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Ja, schaut mal hier. Hier steht jemand am Wald. Ist das die weiße Frau? Ist das die weiße Frau? Ah, der Blick ist aber auch wirklich heftig. Die Zeichnungen sind echt krass gemacht. Okay, das war's. Können wir hier noch irgendwas sehen? Nee. Musikalische Untermalung gefällt mir sehr. Ja, ich gehe nur kurz nach oben und hole Martha für das Frühstück. Gut, aber ich bin mir unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Ist gut, ist gut, ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Das Licht anschalten? Warum? Schau mal. Lapo. Du alter Schlingel. Mein Kleid, das Martha getragen hat als sie. Warum hat die eigentlich unser Kleid angehabt? So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ja, hier haben wir noch. Rotkäppchenbild. Mehr gruselige Märchen. Oh Gott, das sind das. Ach, warum hängt man denn sowas in, 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 also... Verstehe ich sowas nicht. Nee, 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 nee. Also, das tut ja... So eine Bilder tun ja nur ja nichts für die Kinderseele. Also, wir sind jetzt keine Kinder mehr, aber... Was soll das? Was denkt sich Mutti dabei? Und hier ist noch Marthas Seite. Also, das würde ich gerne auch verstehen, wenn sie halt aus Boshaftigkeit bei Julias Seite hin liegt. Mann. So. Es ist ziemlich genau halb zehn. Dann würde ich mal sagen... Geh mal runter. Happen, pappen, Frühstück. Oh, das ist wirklich ein schönes Haus. Eine schöne Umgebung. Naja, der... Dummkasten sieht nicht mehr ernst so frisch aus. Und hier wird ja raucht. So, so. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. So, also, wir befinden uns quasi in Nannis Haus. Shift, um zu rennen. Okay, cool. Julia? Haben wir noch ein extra Zimmer gehabt? Abgeschlossen? Seltsam. Warum haben Sie mein Zimmer abgeschlossen? Wieso habe ich noch ein extra Zimmer? Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanni verbracht habe, war das mein Zimmer. Okay. Das ist ja cool. Kann man schon so ein bisschen durchschauen hier. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay. Ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen. Versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen ist als ob... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Na gut, na gut. Aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hier bleiben und plaudern. Gut. Mama ist nicht großer Freund von Trauerbewältigung irgendwie. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay. Okay. Drücke K, um die Ziele anzusehen. Okay, Zeitung. Zur Linie. Martha liest immer die Zeitung. Ich muss mich genauso verhalten, wie sie. Damit ihn in einen Verdacht schöpft. Anforderung. Liest die Zeitung vom 18. Juli. Zusätzliche Informationen. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Okay. Okay. So. Schauen wir uns noch kurz vorher um, bevor wir durch die Zeitung ertrinken. Papa sagt, dass der hier von uns hergestellte Wein außergewöhnlich ist. Ich hasse Wein. Ich bevorzuge Bier. Mhm. So, so. Mhm. Schnell anschauen. Das Familienwappen von Mama. Mhm. Welche denn? Der Klapp riecht durch. So. Okay. Okay. Hier haben wir... Schokolade. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Ja. Das glaube ich. Na. Nehmen sie. Okay. Wir stehen anscheinend ein bisschen blöd. So. Für Julia. Um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Kann man was probieren. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Ist hier Mäuerchen? Oh ja, da vorne. So. So schnell vom Zeitungslesen abgebracht worden. Okay. So. Du bist dabei, Julias Kamera zu benutzen. Es ist eine Roller-Code von 1940 mit 120 mm Föhn. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Okay. Während du die Kamera hältst, da scheint ein Symbol, das den Punkt vom fotografischen Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Drücke E um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Schön. Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Wir können Kameraskins freischalten. Das ist ja skurril. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke linke Maustaste, um fortzufahren oder drücke Q, um den Kameramodus zu beenden. So. Du bist dabei dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Situation zu vereinfachten, zeigt die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjekt gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Bereite dich auf dein erstes Bild vor. So. Nach dem Schließen dieses Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um den Aufnahmemodus in den Aufnahmemodus zu wechseln. Okay. Na dann. Glückwunsch. Du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst. Aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Großartig. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Ja, noch nicht. Ich muss erst mal die Zeitung lesen. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. So, lass mal die Zeitung lesen. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Karabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Okay. Julia K., erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. Hm? Ein festes Bollwerk auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassi. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. Zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt. Okay. Okay. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat ein Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Mhm. Okay. So, gut, dann hätten wir das. Dann haben wir alles gelesen. Können wir noch frühstücken, schnell. Rot, Butter, Marmelade und Kaffee. Martas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch. Aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. So. Okay. Gut. Dann. Wir haben ja auch eine Map. Schau mal an. Kann man rausprobieren. Sollen wir das? Sollen wir das? Wir haben es doch jetzt gemacht, ne? Also das ist doch jetzt wahrscheinlich alles abgehakt irgendwie. Hier angekreuzt. So, wo ist denn die Duckelkammer? Oh, krass. Oh, krass. Ich hab Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Oh, für ein geiler Tauschen. Ich hab dabei viele Techniken gelernt. Im Keller. Okay. Tja, okay. Hier gibt's nichts interessantes zu sehen. Also. Oder muss ich erst... Nee. Nichts zu sehen. Noch so lebensbejahende Kunst. Ja, tja. Pocci Bonzi. Am Tag des Heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Ja. Ja, ist schon schwierig, ne? Irgendwie. Also, wir befinden uns jetzt natürlich halt mitten im Krieg. Und... Es ist natürlich halt... Ja, wir stehen jetzt halt nicht auf der... Auf der Seite der... Das brauche ich im Moment nicht. Vater ist... Militärdienst. Und wir sind halt Deutsche, die hier in Italien stationiert sind während des Krieges. Das ist schon... Alte Fotos, die Papa von diesem Haus gemacht hat. Schwierig. Ey, das Haus ist wirklich der Hammer. Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Ja, das ist eben immer so die Sache, ne? Irgendwie, während alle anderen hungern, haben es halt die höheren. Gut. Ach Gott, nee. So. Ja, na wohl. Schöner Weinkeller hier. Ei... Mann. Diesen Stoff kenne ich, aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Okay. Schere. Die könnte hilfreich sein. Okay, cool. Für... Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Ja, hier nehmen wir noch ein bisschen Wein. Oh, wer hat denn hier den Wein verschüttet? Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Hm? Oh, da ist die dunkle Kammer. Gucken wir mal ganz kurz mal den Rest hier vom Weinkeller an. Ich mag normalen Wein nicht so sehr, aber ich bin verrückt nach unserem Dessertwein. Er ist sehr süß. Hm? Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Hm? Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Als ich klein war, kamen mir diese Fässer riesig vor. Sie sind riesig. Ich dachte, ich könnte in einem von ihnen wohnen. Ja, tatsächlich kann man in solchen Fass übernachten. So. Okay. Dann mal rein in die Dunkelkammer. Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Mal flotten Bito fliegen. Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehreren Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einen kleinen Entwicklungstank gelegt. Dieser Tank wurde dann in die Entwickler getaucht, gespült und anschließend in ein Stoppbad getaucht. Anschließend wird er erneut gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmwohnen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Die V-Show auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Natürlich wirst du deine Bilder als negativ sehen. Ja, dann würde ich mal sagen, dieses Foto entwickeln. Mit dem Vergrößer kannst du deine Fotos noch individuelle gestalten. Du kannst wählen, auf welchen Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus anstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet wird. Mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf das Papier produzieren und sehen, ohne es zu belichten. Okay. So, verwende die Bedienelemente, um das Papier auf den Tisch zu verschieben und um die Vergrößerung und den Fokus einzustellen. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf siehst, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Spiele so lange mit den Einstellungen, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke Space, um fortzufahren. So, okay. So, okay. Kanten nicht in Position. Ah, nö, 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 nö. Vergrößerung. Da, B und S. Okay. Wir haben es fast scharf. A und D mit fokussieren. Ah, okay. Jetzt auch noch mal. Gut. Papier bewegen. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert und beschleunigt im Vergleich zur Realität. Tauche das Papier in den Entwickler ein und das Bild erscheint. Um die ideale Belichtung zu erreichen, nimmt das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Wenn du das Bild zu früh oder zu spät rausnimmst, wird das Bild ruiniert und du musst es erneut entwickeln. Oh, das ist aber nicht viel Fehler. Spielraum. Na, das geht vom Timing. In Wirklichkeit folgt das Eintauchen in den Entwickler ein Spülbad, ein Stopbad und dann ein zweites Spülbad. Diese zusätzlichen Bäder wurden der Einfachheit halber übersprungen. Hier ist der Abzug des Bildes. Du kannst es in deinem Album aufbewahren oder es wegwerfen. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Aha, okay. Du kannst jede Aufnahme so oft entwickeln, wie du möchtest. Alle Aufnahmen bleiben dauerhaft für Abzüge verfügbar. In das Album legen. Schwuppidiwupp. Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. So, so. Schön. Gut, okay, dann würde ich jetzt halt einfach nochmal sagen, wir gucken mal, dass wir uns selber fotografieren für den Rahmen. Briefe. Okay, ich kann sie aber nicht anklicken. So, müssen wir uns natürlich ein schönes Motiv aussuchen, wo wir uns fotografieren werden. Der Rahmen. Ah, zu erledigen. Zu erledigen noch? Achso, nee. So. Ich muss eines meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Ich habe Martha immer gesagt, dass ich es tun würde, aber ich habe es nie getan. Das hätte ihr so gut gefallen. Anforderungen. Ich brauche ein Stativ. Dann kann ich ein Selbstporträt machen. Okay, zusätzliche Informationen. Ein Stativ wäre praktisch, um die Kamera darauf zu montieren. Ich kann sie nicht in der Hand halten. Im Keller wird sicherlich eins sein. Okay. Also wieder in den Keller. Ach, so ein Mist, ey. Die da, die da. Aber guckt euch das doch mal bitte an. Also, das ist ja wohl ultra deluxe hier. Die Ecke. Julia kann das Fahrrad nutzen, um sich schneller vorzubewegen. Ah, schön. Okay. So, wo haben wir das Stativ? Ich schaue mal erstmal in eine dunkle Kammer. Es würde ja Sinn machen, es hier zu aufzuheben oder aufzubewahren. Aber ich sehe es nicht. Nee. Und Space zeigt er mir auch nichts an. Vielleicht draußen. Vielleicht müssen wir es uns noch schnitzen. Europas alter Drechselbank. Okay, hier haben wir noch einen Brief. Kurzwarengeschäft Lorenzini. Fünf Meter grauer Baumwollstoff. Sechs Meter weißer Leinenstoff. Vier Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier? Er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nani ihn hier gelassen haben? Hm. Das war noch Telefonnummer. Vierstellig. So, ach da vorne. So, grab it. Ach, hier soll ich jetzt ein Bild machen? Oh. Oh. Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Im düsteren Keller ist eine tolle Belichtung hier. Wunderbar. Benni hätte bestimmt Mürrisch genommen. So, okay. Wir haben den Film. Wie, und die Kamera lassen wir stehen oder wird? Die Kamera lassen wir stehen. Hm. Gut, dann werden wir das mal kurz entwickeln. Wahrscheinlich bleibt die Kamera stehen, weil die entweder denken. Die verkacken es bestimmt. Die müssen nochmal Fotos machen. So. Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Zuerst sieht man gar nichts. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Aber ich muss es heimlich machen. Sonst hält man mich für verrückt. Tatsächlich kann ich die Faszination Fotografie nicht so ganz verstehen. Also es ist natürlich eine tolle Fotografie, wie sich schon zu schätzen. Aber das Fotohandwerk, ich verstehe es nicht so richtig. Also ich habe überhaupt nicht das Auge dafür. Und er hat alles irgendwie durch die Welt durch eine Linse zu sehen. Das stelle ich mir schwierig vor. Also macht er den Reiz des Fotografen. Ja, das bin ich. Niemand konnte mich und Martha auseinanderhalten. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Ich habe mich aber vorhin für das weiße Hemd entschieden. Jetzt haben wir es etwas anderes an. Das ist komisch. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Ich hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Okay. Na dann machen wir das doch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Wir leben jetzt in Angst. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr an den See fahren. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach wissen. Die Selbstzweifel fressen mich auf. Neues Kapitel. Die Rollen. Am selben Tag. 23.30 Uhr. Das Feuerzeug kann auch aus Julias Tasche genutzt werden. Okay, ist klar. Hier ist aber noch zugeschlossen. Wo ist denn Papas Arbeitszimmer? Oh, schön. 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 Mein, ich stehe vor kurz. Die sind da aus. Hier ist der Kamerablitz. Jetzt kann ich Martha auch im Dunkeln fotografieren. Wie, Martha im Dunkeln? Warum soll ich jetzt... Warum soll ich jetzt die Leiche unten fotografieren? Papas Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Mini. Ah, ein schöner Ofen. Ah, der Schlüssel. Oh, Mann. Guckt euch doch. Mann. Überall wird hier geraucht. Das waren noch Zeiten. Ja, hier würde ich auch malen wollen. Hier so ein paar Blumenbeete. Also... Ein paar Blumentöppe machen. Schön. Einfach mal schön. Wo ist jetzt hier hin? Okay. Feuerzeug hat es ausgemacht. Nein. Ist hier das Schlafzimmer der Eltern? Ist hier das Schlafzimmer der Eltern? Oh, so creepy. Ich sollte es wirklich nicht riskieren. Aber ich mag es ihnen beim Schlafen zuzusehen. Es ist ihre einzige gemeinsame Zeit, während der sie sich nicht streiten. Okay. Solche Psychopathen-mäßig würde ich gerne ein Bild machen. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Ich kann nicht auf meine Tasche zugreifen. Oh, so ist hier mit Blitzlicht so. Paff! Okay. Ansonsten kann ich auch nichts weitermachen hier. Ich wieder runter. Ganz leise. Und das muss so knarzen eigentlich. So, dann holen wir mal ein Vollzeug raus. Zack. Ansonsten können wir hier nichts mehr uns angucken. Okay. Gut. Schließen wir mal auf. Und ab zum See. Mitten in der Nacht. Die Kamera kann mit einem Blitz auch in extrem dunkler Umgebung verwendet werden. Nein. Nein. Oh, nee. Bitte nicht. So ein Stroboskop-Beleuchtungsprinzip. Bitte nicht. Papp. Automatisch gespeichert. Und? Wollen wir sie zumachen? Nö. Lass mal offen stehen. Ups, ja klar. So. Ah, hier war noch eine Lampe. Schön. So. Alte Öllampe. So. Wo ist mein Fahrrad? So, mal ganz kurz mal einen Blick auf die Map werfen. Ja. So dachte ich mir jetzt schon. Wo sind wir jetzt hier hin? Bitte. Ziele. Okay, ich muss ein Foto machen. Das habe ich jetzt gemacht. Okay, sie hat mich aber im Anschluss, das Spiel hat mich im Anschluss gleich in diese Nacht geschickt. Irgendwie. Ähm. Sollte ich erst mal schnell hochgehen? Und sag, dass das Fotografieren von Menschen in ihrer Seele steht. Ich hoffe, die Seele meiner Schwester zu bewahren. Mach ein Foto von Martha. Okay, dann machen wir das mal schnell. Sie hat ja... Ah, jetzt zeigt die Lampe schon, ne? Ja. Es ist gefährlich drinnen eine Gaslampe zu benutzen. Ja. Ich könnte etwas in Brand setzen. Ich sollte die Lampe ablegen, bevor ich das Haus betrete. Ja, mach das mal. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof hier. Schließen. Genau. Danke. Und einmal hinstellen. So, dann machen wir jetzt nämlich nochmal ein schön gruseliges Bild mit Blitzlicht von Martha. Aha. Ja, wie wir denn... Wie wir denn... Wie wir denn... Wie wir denn jetzt... Was? Also... Wie wir denn jetzt hier ein Bild machen? Das ist doch dunkel wie Hulle. Muss ich denn etwa den Blitz jetzt hier noch irgendwo separat von... Ah, nee, hier. Stopp. Hier war doch hier. Na bitte. Aha. Alles klar. Korrekt belichtet. Wie gruselig sieht das aus. Ja, nee, ist klar. So, okay. Das haben wir. Die Kamera ist vom See. Haben wir auch. Die Zeitung haben wir gelesen. Der Rahmen. Warum ist denn die Zeitung hier noch nicht? Martha liest immer die Zeitung und muss mich genauso verhalten wie sie. Ihre Anforderungen. Warum steht mir das noch als Quest offen? Okay, ich muss mal schnell das Foto entwickeln. Die Zeitung noch da. Nee. Nee. Schon scheiße. Das ist doch blöd. So, dann wollen wir schnell das Foto entwickeln. Klick klack. Was ist das? Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Blau Filter, ideal für Innenaufnahmen. Orange Filter. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. So, so. Okay. Gut. Verspringen wir das mal kurz. Und zwar, wir wählen jetzt aus genau dieses Foto. Und. Und. Sehr poetisch. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Dann machen wir das. Aber ich frage mich, bei der Zeitung habe ich doch alle Artikel gelesen. Irgendwie. Also den obersten hatte ich jetzt nicht nochmal angeklickt, weil sie den zum Anfang vorgelesen hatte. Deswegen habe ich den jetzt nicht nochmal separat angeklickt. War das vielleicht ein Fehler? So, ich habe meine alte Kamera am See gelassen. Ich sollte sie holen gehen. Sie könnte wichtige Informationen enthalten. Gehe zum See. Katern sehen. Okay. Raus aus dem Haus und dann am Mäuerchen rechts vorbei. Okay. Und schon so fahren wir ja bei Blair Witch. Plopp! Also ich laufe jetzt natürlich sehr straight zu den Punkten hin irgendwie. Aber was wäre, wenn man jetzt halt noch links und rechts schaut im Wald. Oh nein! Nein! Blöde Lampe. Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Nein! Ach komm schon ey! Oh ho 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 ho! Oh, das hat mich jetzt wirklich gekriegt. So, okay. Erste Kamera ist hier. Hier ist Kamera Nummer 1. Ach, wir nehmen die komplette Kamera mit. Neue Kameraskinnode freigeschaltet. Schön, schön, schön. So, gut. Jetzt wieder hier vorne hoch. Und dann irgendwo rechts halten. Dann wieder rechts. Hallo? Achso, ich muss weiter runterlaufen. Oder was? Und hier ist die nächste Kamera. Schön. Okay, haben wir. Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Roter Stoffbarn. Eine Kamera fehlt noch. Roter Stoffbarn. Seid nur dazu. Okay, den sollen wir fotografieren. So, machen wir vielleicht für Makroaufnahmen. Für Makro ist das ein bisschen heftig, oder? Die Lampen haben wir da. Belichtet, ist er korrekt? Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. Ja. Aus dem Keller. Da oben ist das Haus. Das ist unser Haus. Warum ist da so viel Licht an? Gott, wer ist da bald? Roter Stoffbarn. Was? Bitte? Wie? Hier ist die andere Kamera. Okay. Wir haben alle drei Kameras. Was ist denn da? Ach nee, ist nur ein Stock. Gruselig. Das ist wirklich gruselig. Na, hoffentlich. Okay. Geh jetzt einfach hoch. Müsste eigentlich. Da oben stand ja die Idee in der Kamera. Exaktum und nur hier. So. Alter, das ist ein Finster. Also mit einem Wald so jetzt alleine ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Vor allem mitten im Krieg. Wie es hier über den Weg läuft. Also nicht, dass jetzt halt schon irgendwie, äh... Julia... 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 ... Parcours. Parcours. So, kann ich nicht... Ach, das ist nicht der richtige Weg. Das ist... Nicht der richtige Weg. Oh Gott. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Okay, kann die Kamera nicht rausholen? Der ist für Riesenschädel hier. Oh Gott. Wir sind so klein. Nein, bitte nicht. Jetzt kommt ein Jumpscare. Gseht doch kaum. Oh nee. Gehen seit nie, Klimper. Ich bin... Was? Gott? Gott? Oh, oh, sitz, oh, calm. Oh, 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 oh. Ja, ich bin jetzt ein Baby oder was? Was läuft denn hier? Was ist hier los? Ich schwöre jetzt aus dem Fenster raus. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist nett für ein Spiel! Aber ja, Traumata-Bewältigung. Kann sich auch in solch krassen... Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht, weil sie nur mit mir reden? Ja, klar. Aber was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Das ist ziemlich viel Blut. Verdammt! Wo kommt das ganze Blut her? Ja, es ist eigentlich noch nicht so weit. Und das ist viel mehr als sonst. Ich wollte gerade sagen... Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Oh krass. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Ja? Warum steht das hier... Warum ist das verkehrt rum? Neues Kapitel. Die Wälder. Drei Tage nach Marthas Tod. 10.30 Uhr. So, ich bin schmutzig und blutverschmiert. Ich sollte mich waschen und mich fertig machen. Dann kann ich diese Filmrollen-Entwickler gehen. Wechsel die Kleidung, nimm dir die Tasche mit der Kamera und den Filmrollen zieh dich an. Zusätzliche Informationen. Das Badezimmer ist neben meinem Schlafzimmer. Alles klar. Ah ok, ist das Bade. So, Bade zu. Los. Pst, pst, pst. Ne. Pst, pst, pst. Hm, ein BD. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Können wir jetzt erstmal irgendwie das Laken entfernen. So, dann ziehen wir uns was an. Na, dann nehmen wir mal heute das, was auf dem Bild eigentlich drauf ist. Hier punktet der Bluse. So, okay. Das haben wir. So, das lassen wir jetzt so oder? Wie machen wir das? So. Es ist der 19. Juli. Okay. Tasche nehmen. So, und jetzt. Okay. Haben wir jetzt alle. Das wäre ziemlich unhöflich. Aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Muss ich noch warten? Jetzt haben sie abgenommen. Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapu. Er steckt bestimmt hinter. Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanni, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanni? Ich glaube, dass die Nanni diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger. Quatsch. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater. Ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapo hat etwas mit Martas Tod zu tun. Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Don Atilio? Er ist ein toller Freund, aber... Was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mehr weggenommen? ...durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern, oder wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Ihr Lieben, ihr habt's gesehen, irgendwie, ich hatte ganz fürchterliche Framedrops irgendwie und ich musste mal ganz kurz das Spiel beenden und das ist jetzt quasi unser Checkpoint leider von hier. Ähm, ich hoffe es war für euch jetzt nicht zu lang und noch halbwegs erträglich. Ähm, ja, okay, gut. Und dann schauen wir nochmal. Wir wollen unsere Tarotkarten holen. Mama hat meine Karten mitgenommen. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt, als ich klein war. Ich finde die Tarotkarten, sie müssen irgendwo versteckt sein, aber keine Ahnung wo. Ich könnte damit anfangen im Zimmer meiner Eltern zu suchen. Und das tun wir auch. So. Ja, was haben wir hier? Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Und ein bisschen dunkel. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Tocarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. 25 ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Aha. Dann lernt man tatsächlich noch etwas fotografieren. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo Atori. Telefonnummer 1185. ... die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Das Radio muss dieser Tage immer eingeschaltet sein. Es kann dein Leben retten, Dinge rechtzeitig zu wissen, vor allem bevor sie passieren. Und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Ja. Alle Fenster... Ah, okay. Hier hat jemand weitergemalt in der Zwischenzeit. Sehr schön. ...nach geschlossen bleibt. Der Bevölkerung wird geraten in ihren Kellern oder wenn diese nicht vorhanden sind... Blicken aus dem Fenster, das ist aber auch krass. Okay. So, schauen wir mal hier rein. Na. Na. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um sieben an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Okay. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich acht mit den besten Grüßen, Nanni. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Da sind sie. Hier sind meine Karten. Nanni und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Interessant. Wie ist es bei euch? Glaubt ihr an Schicksal? Glaubt ihr an Tarotkarten? Dass der Weg vorbestimmt ist? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Krieg spielen. Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Sie lässt sie überall liegen. Ich glaube, sie nimmt zu viele und zu oft. Ja. Gut, okay, alles klar. Wir haben unsere Tarotkarten. So, ich habe meine alte Kamera am See gelassen. Ich sollte sie holen gehen. Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Eine seltsame Notiz. Ich habe diese Zettel unter Mamas Sachen gefunden. Es ist Marthas Handschrift, aber es ergibt keinen Sinn. Die Nachricht lautet, liebe Mutter, es ist schwer. Ihr Bauch wächst Martha. Okay, Zolli. Warum haben sie mein Kinderzimmer abgeschlossen? Für den Schlüssel. Zusätzliche Informationen. Nenni schreibt in dem Brief nicht, wo sie den Schlüssel gelassen hat. An ihnen war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt. Okay. Okay. Na gut. Schmetterlingsnetze. Die armen Geschöpfe. Ich hatte so viel Spaß mit ihnen. So. So, okay. Heißt also, wir müssen den Schlüssel finden. Für unser Zimmer. Wir müssen unsere Kamera finden, die am See ist. Ach, Herrschaftszeiten, ey. Haben wir jetzt wieder eine neue Zeitung, die wir lesen müssen? Ja, da liegt die, ne. Die seht ihr jetzt erstmal. Komplett. Diesmal. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens. Wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens. Wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens. Wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Ja. Na gut. Also. Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens. Die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Mhm. Okay. Den Artikel. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Périer nach Caronton. Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion fliegende Bombe. So. Jetzt müsste ich theoretisch das hier oben nochmal lesen. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens. Wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens. Wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens. Wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. So und jetzt dürfte ich theoretisch eigentlich alles gelesen haben. Ich bin gespannt. Okay. Ah, es ist immer noch da, weil es immer eine wiederkehrende Aufgabe ist. Aha. Verstehe. Verstehe. Okay. Na gut. Ah. So. Also für den Schlüssel habe ich jetzt erstmal keinen Anhaltspunkt tatsächlich, wo der sein könnte. Gibt es jetzt was in der Küche? Ja, tatsächlich ja. Was habe ich hier? Eine Kamera. Boah. Neue Kameraskin freigeschaltet. Aber das ist jetzt nicht unsere Kamera gewesen, die wir im See verloren haben, oder? Nee. Okay. Das ist interessant. So, eine Menge Bilder gibt es halt wirklich anzusehen. Also. Krieg. Immer Krieg. Selbst auf Gemälden. Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Das komme ich gerne. So. Ah, Martha. Okay. Hier gibt es auch nichts weiter zu sehen. Doch hier. Noch ein Bild. Die einzige Möglichkeit, Martha und mich voneinander zu unterscheiden, war die Kleidung. Selbst Mama konnte uns nicht auseinander halten. Mhm. Das Telefon dürfen wir immer noch nicht benutzen. So, hier ist nochmal ein Fahrrad. Das brauche ich im Moment nicht. Ah, warum nicht? Wo ist der Schlüssel? Oder sollen wir vielleicht doch erstmal zum See runter? Oh, warte mal. Wir könnten höchstens oben nochmal. Ich bin ja doof. Ich habe ja nicht wirklich im Schlaf gemacht, der Eltern geschaut. War bloß vorne in dem Büro drin. Nee, klar war ich hier oben. Doof. Hm. Tja, hier ist auch nichts zum Interagieren. Hier dürfte er wahrscheinlich nicht sein. Das sei denn, er befindet sich halt wirklich in Martha Schatulle oder so. Wofür ich ebenfalls keinen Schlüssel habe. Es ist schwierig. So, wir gucken mal kurz hier rein. Tarotkarten. Die können wir uns natürlich gerne anschauen. Zufallsentscheidung. Weissagung. Okay, jetzt wählen wir uns welche aus. Die Welt. Die Liebenden. Der Magier. Das Ende einer Beziehung. Es ist ganz klar. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Na, okay. Alles klar. Gut. Im Tagebuch. Oh, gibt's auch hier. 18. Juli. Alles hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus. Meine Lust am Leben. Und die Lust Späße zu machen. Ich bin allein. Mir selbst überlassen. Durcheinander. Ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum. Als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha. Meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha. Und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf. Und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe. Ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha. Und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Tja. Hm. Okay. Zur Not können wir natürlich jetzt erstmal nochmal schnell in den Keller gehen und könnten die Filme, die wir jetzt schon haben, aus den Kameras am See entwickeln. So. Okay, was ist das? Haha. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Super. Nehmen wir mit. Schön, wir haben ein Stativ. Yay. Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarot-Fotos zu machen. Infrarot-Fotos. Oh, okay. Hier geht es jetzt auch raus. Okay. Sehr schön. Gut. Aber erstmal nochmal schnell in die Dunkelkammer. Es gibt wieder ein paar Sachen, die wir nehmen können. Von AGE ist er auch schön. So, okay. Wir schnappen uns wieder ein paar Linsen. Das ist schön. Das kommt nochmal. Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Ah, kommen irgendwie welche dazu. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Schön. Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Ah, nice. Okay. Der Gehengte. Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein. Meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was. Stell dich dich so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay. Bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Ach du Schande. Das ist ja ein Traum. Okay. Okay. So, da haben wir den Helm. In das Album legen. Ich weiß jetzt halt wirklich nicht irgendwie, ob das jetzt gut ist. Okay. Nächstes Foto. Was? Was? Was haben wir denn da? Okay. Krass. Okay. Das sind wir, wie wir unsere Schwester jetzt gerade aus dem See holen. Okay. Wir machen den Entwicklerbad legen. Und was ist damit? Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Okay. Ich würde mal ganz kurz nochmal... So, okay, Tarotkarte haben wir. Also jetzt haben wir Notiz haben wir. Kamera am See. Okay, damit ist das abgeschlossen. Der Schlüssel... Tja, dann können wir jetzt nur... Die weiße Dame, der Geist der weißen Dame lebt im See. Nanny hat mir eine Geschichte immer von dem Einschlafen erzählt. Könnte da etwas dran sein? Gehe zum See. Okay, damit verbinden wir dann natürlich zwei Sachen auf einmal. Dass wir gleich unsere alte Kamera holen. Ja. Und die weiße Dame. Achso, oh. Muss ja den Rekorder ausmachen, oder? Ne, ah, Mist. Er läuft von alleine. Hm. Gehe ich jetzt mal raus. Vielleicht steht ja das Fahrrad da. Und wir müssen den ganzen Weg nicht zu Fuß tatsächlich bewältigen. Ach, Martha. Haben wir das angetan? Das ist Fahrrad. So, das ist natürlich extrem... Kant jetzt. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Okay. Gut. Also bei den anderen Fahrrädern... ...war auf jeden Fall eine Pumpe dabei. Die holen wir uns mal schnell. Und ich hoffe, die können wir hin. Plupp. Dann aber. Hier ist die Fahrradpumpe. So, okay. Wo sind denn eigentlich die Eltern? Wenn wir alle jetzt hier nicht das Haus verlassen dürfen? Hm. Was für ein Minigame jetzt hier, ey. So. Reifen ist aufgepumpt. Auf zum See. So. Okay. Okay. Wir fahren tatsächlich mit dem... Ha, 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 ha. Na, da. Ne, und? Ne, macht sie nicht. Schade. Ja, ich würde jetzt halt wirklich ungern... Warum... Ach, echt jetzt, ja. Hm. Muss ich wirklich hinlaufen? Ach, das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Na gut, okay. Dann runter vom Fahrrad. Langsamer werden. Aufstehen. So. Die Kirche und so, das habe ich mir noch alles gar nicht angeguckt, ey. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Ja. Finden wir hier noch irgendwas? Gerade hier. Das ist eine Schrotmaschine. Wie viel Futter? So. Okay. Gut. Also bei Tag sieht der Wald schon wesentlich angenehmer aus. Fast schon idyllisch zu nennen. Hm. So. Interessant wäre jetzt auch, ob wir jetzt irgendwelche Flashbacks von Martha bekommen. Oh, Scheiße. Fuck. Hey, hey, hey. Los geht's. Hier lang. Hier drüben. Oh. Hey. Vorwärts. Hier. Sie sind da lang. Verdammt. Los. Laufen. Na, das ist ja krass. Das ist ja krass. Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Krieg ist los. Das ist gefährlich. Ich weiß. Aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Was? Was? Ist das so ein Arschöffel? So, wo sind sie denn hin? So, hier kannst du nicht durch, da kannst du nicht durch. Die sind doch hier hochgesportet. Vielleicht irgendwo die Karte? Ah, da vorne. Ist wieder... Ah, da vorne. Na, komm. Das sah aber anders aus. Na gut. Und, okay. Also gehen wir erstmal wieder zurück zum Weg. Und dann wiegen wir hier vorne gleich links ab. Und ich hoffe, ich sehe jetzt hier keine Exekution oder irgend sowas. Das muss ich jetzt nur nicht haben. Oh Gott, bitte nicht. Lapo, mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Scheiße. Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Hm. Oh Mann. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg. Und ich kann mich damit einfach... What? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber... Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Alter. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Martha. Ich gebe dir. Was ich besitze? Nein. Martha. Ich gebe dir. Deine Erscheinung. Deine Erscheinung. Martha. Ich gebe dir deine Erscheinung. Martha. Ich gebe dir deine Erscheinung. Martha. Ich gebe dir deine Erscheinung. Das ist ja so verstörende Scheiß, ey. Ich gebe dir deine Erscheinung. Jetzt. Oh. Sehe ich. Mit meinen. Augen. Geist. Ähm. Geist. 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 Beige. Geist. Geist. Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf, können wir dir gemeinsam folgen? Nein. Unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich, und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Und außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Martas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher. Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und im Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Wahnsinnig, wahnsinnig gut inszeniert. Wahnsinnig gut vertont. Das ist echt sehr, sehr packend. Und tatsächlich für mich noch nicht vorhersehbar. Okay, wir sind hier gefunden worden. So, okay. Aufstehen geht aber anscheinend schon. Kapitel. Das Begräbnis. Vier Tage nach Martas Tod. 9.15. So, okay. Also meine Bluse dürfte jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr da hängen. Nein. Interessant. Denn entscheiden wir uns diesmal für das... Was ist das? Eine Lederjacke? Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Was ist das? Nein, nein. Meine Tasche ist nicht hier. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Ei, 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 ei. Hier ist die ganze Familie zusammen. Wie geht es ihr? Ein sehr seltenes Ereignis. Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor. Erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Wie geht es meiner Tochter? Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Ausgleich wie Frau Stein. Es ist eine Art von Bewertungstrategien. Damit sie nicht über all das nachdenken muss. Sie ist eine Frau, die viel gelissen hat. Okay, Papa ist weg. Jetzt können wir raus. So, okay. Die Tarot-Karte, die weiße Dame, die liegt am See. Fnanny hat mir ihre Geschichte immer vom Schlafengehen erzählt. Könnte da was dran sein. Meine Sachen. Sie hat meine Sachen irgendwo untergebracht. Ich muss Lapos Brief finden und mich dann auf die Beerdigung vorbereiten. Ich nenne Lapos Brief, finde die Tasche. Und ein letzter Abschied. Ich möchte ein letztes Mal mit meiner Schwester allein sein. Grüße deine Schwester. Gut, dann würde ich jetzt erstmal kurz sagen, wir versuchen erstmal die Sachen zu finden. In der Hoffnung. Die Sivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Ja. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch... General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches... Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. Okay, es wird weitergemacht. Nach der Schlacht von Pocci Bonzi am 18. Pocci Bonzi. Mhm. Vielleicht oben. Nee, nichts zu finden. Nichts. Okay. Also doch. Ein Bad vielleicht. Das ist von der Mama. Na, das ist dann noch... Das ist doch wohl... Wirklich nicht schlecht. Schlecht im Bad. Da ist er. Da ist meine Tasche. Gott sei Dank. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Ja. Ist er. Liebe Julia. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe? Und dich nicht für tot halte? Und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg. Und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen, auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6 9 3 4. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat? Sie hasst Lapu. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein. Nein. Sie hatte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter, als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, die Tarotkarten. Einen Tagebuchantrag haben wir auch. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen. Auch den des Wahnsinns. Kann es eventuell sein, dass durch das Ziehen der Tarotkarten eventuell zufällige Ereignisse oder vordefinierte Ereignisse getriggert werden? Also wir hatten ja bei den Tarotkarten quasi die Trennung. Und ja, wir sind getrennt worden. Sollten wir mal im Auge behalten, wenn wir das nächste Tarot-Deck ziehen. So, wir haben jetzt wieder das Tarot-Deck, was wir uns neu angucken können. Ich glaube tatsächlich, dass wir aufgrund unserer vorigen Wahl, meiner Wahl des Tarot-Decks, Lapos Schicksal damit besiegelt haben. Wer weiß, ob was anderes gekommen wäre, weil es hat sich ja nun total erfüllt. Irgendwie eine Trennung. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Zufallsentscheidung. Eine Weißsagung. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Der Herrscher. Der Hierophant. Nein, die wurde... Eigentlich ist das egal. Die Sonne. Es gibt Dunkelheit, die Unsicherheit bringt. Aber es wird einen Anhaltspunkt geben. Etwas, von dem ich etwas lernen kann. Ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Nur eine Weißsagung pro Tag. Das war sie. Schauen wir mal, was wir jetzt damit freigesetzt haben. Ich kann leider diese Nummer, die in Lapos Brief drin war, nicht wählen. Irgendwie, weil ich das Telefon nicht benutzen kann. Kiese. Na gut, okay. Was sind die To-Dos? Meine Sachen? Ah, zu erlegen. Sie hätten meine Sachen irgendwo untergebracht. Ich muss Lapos Brief finden und mich dann auf die Beerdigung vorbereiten. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ist noch nicht abgeschlossen. Der Geist weißen Dame, sie liegt am See. Denn ich habe mir Geschichten immer von dem Einschlafen erzählt. Könnte da etwas dran sein. Hätten wir auch. Ein letzter Abschied. Ich möchte ein letztes Mal mit meiner Schwester allein sein. Okay, begrüß deine Schwester. Dann machen wir das jetzt mal. Und danach, aus Lapos Nachricht, lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, dann nenne ich bitte an diese Nummer. Verwende die Nummer. Es ist deine Telefonnummer, oder? Oder eine Kombination. Eine Kombination ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir ein Safe schon mal irgendwo gesehen? Gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. Ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200-ISO-Film gut. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Mama malt leidenschaftlich gerne. Ja, und nicht schlecht. Wenn es beim E-S. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben ja auch noch ein paar Schlüssel gefunden, ne? Für unser altes Zimmer. Wahrscheinlich bekommen wir den erst sehr spät. So, wahrscheinlich gilt es jetzt erstmal wieder eine Zeitung zu lesen. Ja, das machen wir mal schnell. Versuchter Mord in La Romola. Nach dem Mord an Julia K. Ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge. Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Auch in Florenz wird der Krieg spürbar. Die Vorräte gehen langsam zur Neige. Das Brot hält möglicherweise nur noch ein paar Tage. Die Preise steigen dramatisch. Fleisch ist nun für 100 bis 140 Lira pro Kilo zu haben. Das Gas wurde gekappt und es gibt keine Kohle mehr. Neue Verordnung. Verbot der Benutzung von Fahrrädern. In den letzten Tagen haben Radfahrer wieder einmal auf Angehörige der italienischen Streitkräfte und auf Zivilisten auf der Straße geschossen. Die Zuwiderhandelnden werden nach dem deutschen Strafrecht bestraft. Die Schlacht in der Toskana. Deutsche Operationen in der Umgebung von Livorno. Extrem heftige Kämpfe in den Straßen der Stadt. Okay, und damit haben wir alle. Ich schaue mal ganz kurz, ob das auch als abgehackt gilt. Bei den ersten... Nein. Nein. Bei den ersten habe ich jetzt nicht gelesen. Sondern der wurde allein gelesen. So, Zeitung. Ja, haben wir. Wunderbar. Okay. So, dann... Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, ...finde ich heraus, wer es ist. Ja, jemand muss aber noch abnehmen. Erstmal. Oder? Hier mal. Hallo. Hören Sie mich? Ist da jemand? Herr Erich? Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nein, 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 nein. Nein! Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Und die ganze Saison sagt. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach, du lieber Gott, Julia, mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Du tut mir leid, aber ich... Ich dachte, du wärst tot. Ich... ...habe deine Leiche gesehen. Es macht mich so glücklich, dass... ...könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Ich erzählte Nanni alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha, aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen. Auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren. Denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanni starb. Oh nein. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Arme Nanni. Oh Mann. Mach's gut, Nanni. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Schatz. Okay. So, Tagebuch hat sich aktualisiert. Tatsächlich würde ich mal ganz gerne probieren, die Nummer zu wählen. Okay, das war 6, 9, 3, 4, ne? Du hast diese Nummer angerufen. Verdammt, dann muss Lapo tot sein. Ruhe in Frieden, stolzer Kamerad. Ja. Lapo ist tot. Ich bin Ju. Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus, aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraf sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland. Lang lebe die Befreiung. Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tue. Oh, weiß ich nicht. Er hat von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Ach, du Scheiße. Mh. Ach, du Schande. Ach, du meine Nase. Irgendwie. Also, das ist jetzt heftig. Irgendwie. Das ist krass. Also, na klar. Irgendwie müssen wir versuchen, mit Nazi-Regimen irgendwie zu stürzen. Aber. Wir verraten unseren Vater. Unseren eigenen Vater, der uns liebt. Und er wirkt jetzt. Na klar, natürlich. Privat sind sie alle jetzt irgendwie. Wahrscheinlich keine Monster gewesen. Scheiße. Werf eine Münze. Lass das Schicksalschein. So. Münze. Münze. Was ist denn das, Alter? Mann. Nein. Also, meine gute MPS-Münze. So, also. Logo oben. Wir helfen den Partisanen. Kein Logo. Wir verraten Papa den Plan. Kein Logo oben. Das wäre das Logo gewesen. Wir verraten Papa den Plan. Ich beschloss, meinem Vater alles zu erzählen. Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Er wollte mich bloß nicht in Schwierigkeiten sehen. Wie alle Väter. Ja. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Die haben wir doch. Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Haben wir hier eine Kapelle tatsächlich bei uns auf dem Grundstück? Das wäre krass. So, okay. Gut, dann gehen wir nochmal raus. So, Kommunikationsleitung. Okay. Sie warten mich an der Telefonleitung zu durchtrennen und die Position von deutschen Militärfahrzeugen zu werden. Finde den Telefonmast, schneide die Leitung durch. Das Telefon. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Durch das Kommando. Kurz Warengeschäft. Der Doktor Don Attilio und die Kape Carabinieri. Okay. Und hier ist immer noch... Wie ist das Tagebuch? Okay, gut. Dann lesen wir jetzt nochmal schnell das Tagebuch. Meine Güte, wir kommen hier überhaupt gar nicht raus heute. So viel zu tun. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanni hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens. Ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanni das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens. Ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens. Ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens. Um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Und suchen die Kapelle. Da vorne sieht wie eine kleine Kapelle aus. Da gehen wir mal hin. Das wirkt doch über den Rasen in den Hatsch. Nicht Papa sagen. Der Bäcker sonst. Oh, schön. Schön. Das hat uns hier einen toten Vogel gemacht, ja? So, sollen wir jetzt den toten Vogel fotografieren wieder? Again? Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Martas Seite. Okay. Gut. Dann nehmen wir ihn und packen ihn zu Marta. Hm. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Marta gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Na? Hey, Marta. Hier, Marta. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Marta. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Was hat sich jetzt aktualisiert? Der Geliebte. Aus meinem Tagemus. Aus meinem Tagemus. Aus dem Tagebuch. Ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschweren, indem sie ihren Kontakt mit ihren Geliebten bringe. Um dies zu tun, sagt Nanni, müssen wir das Grab des Geliebten im Wald suchen. Aber es gibt so viele Gräber. Aber wenn ich die Gräber mit Infrarotfilm fotografiere, kann ich vielleicht etwas sehen, das auf seinem Grab hinweist. Okay. Papa hat immer zu mir gesagt, dass Infrarot Dinge einfängt, die das Bursa auch nicht sehen kann. Es muss neblig sein, um überhaupt geistert fotografieren zu können. Okay. Zusätzliche Informationen. Um Infrarotfotos zu machen, brauche ich einen speziellen Infrarotfilm. Das Stativ, das ich für das Selbstporträt verwendet habe, wird reichen. Okay. Cool. Aus dem Tagebuch. Ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Zu erledigen. Tja. Na, dann würde ich doch mal sagen, lass uns doch mal erstmal das Kundulenzbuch eintragen. Weiß man doch nicht. Nein, das ist... Da hinten ist auch noch was. Brief. Gemeinde San Cascano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174 Teil 3. Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Ja, die Sterbeurkunde. Okay. Gut. Ansonsten war es das jetzt in der Kapelle. Gehen wir wieder raus. Denn, lass uns doch mal... Wir brauchen... Die Schere brauchen wir. Ne, die haben wir. Und wir müssen... Jetzt dieses Kabel finden. Der schuminöse Kabel. Warte, geht mal noch ein bisschen komisch... Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Oder? Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Also vom Sound her kommt er aus der Richtung. Sehen tut ihn nicht. Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Sind wir der Rabe? Symbolisieren wir den Raben? So, na sage mal. Der Rabe. Warum kretzt der Rabe ständig? Finde den Rahmen. Ja, toll. Super. Ist er vielleicht hier oben? Wo ist er? Da ist er. Soll ich ihn fotografieren? Nope. Soll ich ihm folgen? Tja, ich denke, ich soll ihm folgen. Soll ich ihn folgen? Was ist das denn? Ah, das ist doch der Stoff von Mutter. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Und ein Keller. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. Aber diese Gedanken verloren, vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Ja, das ist aber eine tolle Mutterliebe. Super. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen. Wieder existieren. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein. Das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein. Das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war. Und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du's geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Ich... Nein. Das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht. Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre. Welche Taten dann? Um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Dreckstück, ey. Ehrlich. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt. Und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt. Aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Ja, ja, komm, nimm sie dich in den Schuss, ey. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Doch wollte sie. Okay, er sagt, neues Kapitel, die weiße Frau. Fünf Tage nach Marthas Tod, sechs Uhr. Okay, also wir müssen jetzt zum Fluss. Zum See. Zum Fluss. Das ist auch neblig. Das passt sehr gut. Das ist früh. Also die einzige Chance, die wir haben. Moment. Ne, doch, war richtig. Genau, das ist wieder ein kleines Schrein. So, hoffentlich jetzt keine Soldaten. Oh Mann, ey, jetzt muss man, man stelle sich mal wirklich vor, ey. Wirklich, ey, so ne Mutter. So ne Mutter. Und das macht die ja schon ihr Leben lang. Wie ich das jetzt so verstanden habe. Irgendwie, nachdem sie ja jetzt für die Infruchtbarkeit irgendwie, oder für die Unfruchtbarkeit der Mutter zuständig oder verantwortlich ist. Und anscheinend für die Taubheit von Martha. Ganz, ganz schau. Mother of the Year. So, dann gehen wir mal hier lang. Und ich würde nämlich sagen, dann klettern wir mal hier runter. Schnubbidiwub. Schnibbidi schnipp. Und wie man nicht sagen würde, snappidi snap. So. So, und hier haben wir den Steg. Sollen wir jetzt das Boot nehmen tatsächlich? Oder sollten wir jetzt hier die Kamera aufstellen? Ich schau mal ganz kurz hier rein. Oh, die Tarotkarten. Die Tarotkarten hier. Hm, Zuhörtsentscheidung. Zap, zap, zap. Meine Weißsagung, bitte. Was werden die Karten uns diesmal sagen? Das Rad des Schicksals. Das Fahrrad des Schicksals. Sehr schön. Was haben wir da? Der hängte. Uh. Klingt nicht so positiv. Der Wagen. Scheiße. Okay. Kann ich denn jetzt das Boot benutzen? Ja, scheinbar schon. Okay. Gut. So. Ohne alle Elemente. Ja. Ja, ja, ja. So. Die Schere haben wir. Mein persönliches Objekt. Hm. Der hier liebte. Das war das ja der Liebte. Machen wir doch noch ein Foto vom Grab im Wald. Ach ja, das Grab im Wald. Das Grab im Wald. Na klar. Jetzt acht. Was sollten wir denn hier. Und jetzt hier ein Grab finden, ey? Können wir es auf der Map? Ventil? Sehen wir da was? Da... Alter... Oh nein, durch den ganzen Wald einmal, bitte. Okay. So, hier vorne geht es jetzt Richtung Grab anscheinend. Das ist auf jeden Fall der Punkt, wo mich das Spiel hinhaben will. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarot-Film uns das zeigen wird. Ja, na dann, probieren wir es mal. Schön, dass es gleich angezeigt wird, was man brauchen könnte. Das ist natürlich ganz cool gemacht. So, okay. Gut, da müssen wir auf jeden Fall... Erstmal in die Einstellung. Wir brauchen... Bibadabim, babadabim, babadabom. Welcher ist es denn? Draußen sonnig. Draußen sonnig drin. Hell? Schattige Außenbereiche. Ja, der ist es. Damit es auch schön creepy aussieht. So. Ja. 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 Auf jeden Fall rot füllen. Wunderbar. So. Okay. Na dann, werden wir mal... Achso, er ist schon korrekt belichtet. Okay. Zu nah dran. Okay. Wir sind zu nah dran. Okay. Zack. Und jetzt noch scharf. Das tut. Okay. Das war's jetzt. Jetzt müssen wir natürlich das Bild noch entwickeln, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ja. Ich hoffe, es ist das jetzt. Ich hoffe, wir haben den Geist jetzt auch darauf eingefangen. Nee, war bloß... Wir haben da einen Stein irgendwie fotografiert und jetzt... Steck da vor der weißen Frau. Wie Robert im Erdbeerfeld. Das wär blöd. Steck nicht. So. Wir sollten auch tatsächlich noch das Telefonkabel durchschneiden. Und außerdem müssen wir... Die Zeitung müssen wir auch noch lesen. Ach. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich hab mich ihnen nie allein genähert. Alter, was ist los hier? Was ist denn hier los? Oh, nee, ey. Was ist denn das hier ne Scheiße? Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Was war denn das jetzt nur bitte? Also ne Kuh macht ja auch keiner so schnell mal Platz. Irgendwie waren das jetzt Wölfe oder was? Also ein Fuchs war nicht. Toll. Kann auch nix an. Schnusseln hier. Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Okay. So. Vielleicht hier hinten. Geil, beckern. Oder in der Scheune. Kann natürlich auch sein. Schuppen. Nichts. Ne, auch nicht. Natürlich an dem Schwein nicht vorbei. Sie scheint mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ob uns jemand bedroht? Ich würde es mal jetzt da zu sagen. So, er muss in der Nähe sein. Vielleicht gehen wir den Gang nochmal lang. Das würde dafür sprechen, dass hier ein Generator läuft. Ein Notstromaggregat. Wo? Aber wo? Na okay, gut. Also wenn ich jetzt hier oben bin, dann gehe ich mal ganz schnell in den Keller und mach mal schnell das Foto noch. Also entwickle das Foto. Und dann würde ich tatsächlich wirklich nochmal probieren, irgendwo dieses Kabel durchzuschneiden. Also das Telefonkabel. Das Kommunikationskabel. Wenn das jetzt ein bisschen Fahrrad sehen soll, verstehe ich aber auch nicht. Ah nein. Wo ist denn das denn da? Nein. Das Setting zu. Ist die Tür zu? Was ist denn das nur für ein Schlabums? Schlabums. Mit dem Fahrrad. Ja, schön. Hier ist alle zu. Wir sollten ein Foto machen. Hä? Langsamer. Ja, das verstehe ich mal. Okay, also ich komme also nicht ins Haus rein. Und aufstehen bitte. Fahrrad. Also das Prinzip verstehe ich jetzt nicht. Wo sollen wir jetzt hier groß hinfahren? Wo ich natürlich noch gar nicht hingefahren bin, ist dahin. Zur Kommunikationsleitung. Verstehe. Na dann. Aber. Achso. Wahrscheinlich mussten wir. Hallo. Wahrscheinlich mussten wir das machen und ja nicht das Foto jetzt machen, sondern vielleicht reicht schon die Kamera. so. Und. Hier müsste ich jetzt runter gehen. Okay. Okay. Ich kam hierher zum Angeln, als ich klein war. Ich ging mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Muss doch hier sein, oder? Oh, wir sind schon zu weit. Wir sind schon zu weit. Gut. Hm. So. Jetzt kann man dem knackten Draht-Ese mal stehen. Hier. Oh, echt jetzt hochklettern? Okay. Na gut. Wäre ja mal nichts für mich. Schön Höhenangst. So. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. So. Na dann. Unter mit dir. Ey. Du. Bereit, wenn du gut bist. Julia. Was ist das? Hm. Okay. Nichts geht. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Okay. Alles klar. Gut. Das war noch zu tun. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Alles klar. Auf zum Telegrafen. Also das super geile fancy Fahrrad lasse ich jetzt stehen, weil ich glaube ich bin schneller zu Fuß als mit dem Fahrrad. wahrscheinlich gibt es noch so ein Archivement irgendwie fahre so und so vier Meter mit dem Fahrrad rum. So. 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 So mal so einen Blick nochmal aufs Aufnahmetool werfen irgendwie. ob es wieder anfängt zu stottern. Ich hoffe wirklich, es hält sich in Grenzen und ich entschuldige mich natürlich dafür. Aber leider ist es erstmal so, wie es ist. Da vorne ist ein Messer und ein Brief. Na toll. Schauen wir mal. Ach komm mir doch einfach runter hier bitte. Dankeschön. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Was? Wer könnte das getan haben? Was hatten diese armen Kreaturen mit all dem zu tun? Tja. So. Ah. Schauen wir nochmal. Oh. Sehr schön. Mit Licht. Sehr verräterisch. Zack. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich hab den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Äh. 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 Ja. Okay. Was war denn nochmal irgendwie? Das letzte Wort entfernen. Telegraph verlassen. Ich muss erstmal eins kurz nochmal schauen. Wenn du den Telegraph jetzt verlässt, wird die aktuelle. Das aktuelle Spritum. Möchtest du den Telegraph verlassen? Ja, möchte ich. Ich brauche erstmal nochmal kurz die Notiz. Was ich vorher sagen muss. Die Codeworte. Okay. Das ist nochmal eine gründliche Kiste. So. Okay. Kommunikationsleitung. B-b-b-b-b-b-b-b-b-ba. Sie haben halt nicht im Telefon. Town on fire. Okay. Alles klar. Town on fire. Okay. So. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Also. Okay. Folge den Punkten oder streiche um den richtigen Buchstaben zu halten. What? Wie? That? So. Tutorial. Hallo. Klicke auf die Worte. Na gut. Dann klicken wir erstmal auf die Worte. Also. Stadt. So. Jetzt muss ich hier was machen. Das brennt. So. Artikel. Wird überbewertet. Und. So. Senden. Oder? Sollte ich das jetzt senden und danach das Richtige? Mal machen. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Aha. Verstehe. Dann werden wir das letzte Wort. Also. Wir. Wo haben wir denn hier? Ich habe da irgendwo Panzer gelesen. Versteckgebäude, Fluss, Fotogeneral, Leitung, Schabada-Bada. Hier ist der Panzer. Dann! Dann habe ich das erste Artil dieser Tür gelegt gemacht. Dann bin ich natürlich wahrscheinlich ganz eins ekran machen. Was so weiteres aus dem Daumen. Ah. Hier ist für mich mal! Deine Down identifierierunde. Oder was?! Genau! panzernahe straße na ja das ist doch erstmal nicht verkehrt nahe haus ich füge am ende einfach over hinzu um deutlich zu machen dass ich fertig bin aber das ist nicht das was wir senden sollen die ist nicht das was wir senden sollen stadt brennt panzernahe straße nach haus panzer nahe aus ich füge am ende einfach over hinzu um deutlich zu machen dass ich fertig bin okay geht nicht geht nicht ich muss jede nachricht mit dem code wort beginnen ich habe den panzer auf der straße gesehen und die straße ist in der nähe des hauses ich schätze dass ich das so in der art kommunizieren muss ja also statt brennt panzer straße nahe haus wo ist der haus ah das ist jetzt da ende ich füge am ende einfach over hinzu um deutlich zu machen dass ich fertig bin das code wort ist stadt brennt und dann panzer straße nahe nahe na wo haben wir es haus so und wir haben jetzt zwei mal ende probieren wir das ende ok jetzt müssen wir haha schön jetzt müssen wir das machen also wenn du den telegrafen jetzt ver- ah ne nein wir möchten ihn nicht verlassen naja ja ja genau ich versuche dieses wort noch einmal von vorne einmal verklickt hier so drücke kurz um einen punkt zu senden drücke länger und halte ach länger linke launze also ich habe gerade rechts außer sie drückt ok also warte mal da richtig ich muss vorsichtiger mit der länge des tons umgehen warte mal da richtig wird wer jetzt so richtig was für bengi für mich nicht nein noch ein fehler was war denn jetzt der problem ich muss mich mehr drauf einlassen und weniger denken dran kurz also anscheinend langsamer ich brauche die maximale konzentration und mentale ruhe oder ich werde das nie schaffen wo ist das problem warum mach ich denn falsch ist das zu schnell hintereinander oh man eins sehr schön also kannst leider hier nicht schnell weg morsen mal weil er wirklich zickig ist oh jetzt kommt die antwort jetzt kommt die antwort so benny dann sag mir doch mal was da steht du wirst es wahrscheinlich aus dem ff können weil benny kann tatsächlich mause kurz ähm ich nicht ich nicht ähm also ich löse uns jetzt mal von dem elend benny schreit bestimmt schon gerade jetzt die ganze zeit beim schneiden die bildschirm an nach dem richtigen bord äh äh wachen wir denn jetzt auf lalalala nehmt bloß nein irgendwas stimmt nicht irgendetwas stimmt nicht ich sollte das nochmal versuchen na noo oh no oh no so und jetzt Ende sie haben mich darum gebeten eine karte der verteidigungslinie zu finden es gibt eine im arbeitszimmer meines vaters okay cool dann schauen wir nochmal nach die gotenstellung dann gehen wir nur ganz schnell wieder ins haus rein du 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 wäre da vorne kürzer ja da vorne wäre es kürzer gewesen aber egal wir gehen mal hier schnell lang im arbeitszimmer des papas so ja hier schnell lang haben wir denn eigentlich noch haben wir noch was äh 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 ja Foto müssen wir noch Entwickler das Foto und prüfe ob es etwas ungewöhnliches drauf ist ja das müssen wir noch machen okay aber ich würde sagen wir gehen erstmal ganz schnell hoch und oder so was jetzt naja tatsächlich irgendwie habe ich das Gefühl dass man ganz oft an einen Punkt kommt wo es so ein point of no return gibt irgendwie und ähm ja nicht das würde ich jetzt hier mit den Fotos verseiern so der gelbfilter wenn es schneien würde wäre er perfekt Schnee der grünfilter nützlich für Landschaften okay so dann werden wir mal schnell den Film entwickeln Hup Ah warte Benni und ich wir sind da schon an einer kleinen Lösung dran irgendwie da ist das Grab nach dem ich gesucht habe und der Geist eines Gefangenen der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist aber sie können sich nicht mehr treffen das Böse trennt sie wenn das Album liegen okay sieht ein bisschen aus als hätte er gerade Verstopfung der ist ja das leckt doch schon das darf doch nicht wahr sein ey okay gut wir gehen mal weiter hoch und ins Zimmer von Papa ah oh nein tschüss du hallo klingel oh echt jetzt äh wir kommen noch mal ins Haus wieder hin oder okay dann gehen wir mal ganz schnell über den Keller wieder raus na gut okay dann hat sich der Umweg aber trotz alledem gelohnt irgendwie weil wir ja das Foto machen konnten und oh das Gitter ist offen das ist ja schön am Zitronenbaum vorbei ey wird das oh ne das ist doch echt jetzt ist die Tür jetzt auch zu ich komme ja nirgendswohin das ist doch Käse das ist ja totaler Käse du wie komme ich jetzt bitte in das Arbeitszimmer wie komme ich bitte in das Arbeitszimmer so das ist irgendwie das ist jetzt doof muss ich vielleicht erst die Sache mit dem Geliebten machen okay ich finde das richtige Grab okay gut dann muss ich anscheinend erst zum Friedhof gehen dann machen wir das jetzt erstmal fertig so und dann ging es ja hier oben sehr schnell Richtung Grab weg ne hier bin ich der Meinung so hier einmal durch und dann hier oben ist das Grab so und dann war es das an der Mitte genau das so was sollen wir jetzt hier machen und tscher wie du buddeln oh ein Kreuz ok 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 wo kann es nur sein ok die Lappen hier mal mitten in mir hier ist das ich hoffe dass es funktioniert ja mein Kleid das könnte das Element sein das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet na dann so gibt es jetzt noch ein kleines Minispiel ja natürlich gegen die Immersion so da ist die Insel glaube ich dann tuggern wir mal hin zackert so total cool irgendwie links und rechts in den Kopfhörern jetzt hier oder ist so so ok sollen wir hier nicht ran ach der kleinen Pups und sie gibt es hier wirklich nur einen Steg ja das ist ja nicht wahr wofür wofür hat man sich hier die Lüge gemacht einen Steg zu bauen das ist ein Quatsch ok na dann so schunkel schunkel und wir sind on the island hallo wer ist der Frau? hohohohoho ok so wollen wir das jetzt alles an den Baum ablegen hey ist das der Baum an dem der Geliebte gehängt wurde ah tatsächlich wo hängt hier noch was? sieht das mal nicht so aus krass die Stimme wird schon ein bisschen also die Stimmung wird schon echt spooky seht das schon was im Wasser? was war das? was war das? was ist das denn? das ist ein Film? aha etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Martas Ermordung festgehalten dann werde ich endlich eine Antwort haben Pfeifel ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln aber jetzt ist es an der Zeit mit der weißen Frau zu sprechen na was denkt ihr? war es die Mutter? waren wir es? krass, krasse Perspektive eures Geliebten tragen um sie anzulocken pfff macht das mal nicht ey oh Gott und wir schneiden uns natürlich ein paar Haare ab eine Haarlocke von mir um in ihre Welt einzutreten ach ich werde die Tarotkarten benutzen um mit ihr zu kommunizieren die ersten 10 werden wie bei Nani verwendet sobald zwei Karten ausgewählt wurden sollte es losgehen na toll na toll das wird jetzt gleich so in die Hose gehen oh nein ich meine was erhofft sie sich jetzt davon irgendwie wenn sie jetzt mit der weißen Frau spricht die wird ihr was sagen irgendwie ja du ich weiß wer das war oh oh Gott du verbirgst dich in den Wäldern um dich mir zu nähern du wärst eins mit dem Wasser um auf dich aufmerksam zu machen du willst mit mir Kontakt aufnehmen indem du die Energie der Symbole nutzt du nutzt meinen Schmerz um mich zu rufen du bist ganz schön mutig du rufst mich auf der Suche nach Wissen das ich nicht besitze nach Antworten die ich nicht habe ich bin nur ein Gefäß wie das Wasser wie die Luft ein Gefäß um sich zu bewegen und zu atmen ok es hat funktioniert jetzt muss ich mich für zwei Karten entscheiden los geht's Tja für zwei Karten Tja das ist halt einfach Zufallsprinzip ne nehmen wir mal die wie passend wie passend wär auch interessant ist ja die immer und die Die Tochter Das Haus Die Mutter Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter Dieser Kreislauf ist durchbrochen Um den Knoten zu lösen suche nach dem Sohn Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Okay, sind wir ein uneheliches Kind? Das würde ich jetzt mal so rausinterpretieren. Oder sind gar Martha und wir, also Julia, sogar beide uneheliche Kinder, weil wenn wir Zwillinge sind, sehr naheliegend wäre. Und quasi der Kuckucksvater, also der Kindesvater, der Heimliche, will uns jetzt tot sehen. Das ist jetzt das, was ich da so rausinterpretiere. Alles sehr wasserlastig. Tja, und nehmen wir die? Ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Tja, okay. Cool. Der Spatz. Oh, du singst nicht gut aus. Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wieder zu finden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Okay. Das sieht aus wie die weiße Frau. Und wenn wir die oben. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähern sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Sind wir da noch so ein bisschen schizophren oder was? Haben wir eine zweite, also so haben wir eine ganz wundene Frau. Haben wir tatsächlich eine Persönlichkeitsspaltung? Haben wir doch vielleicht den Mörder von Martha? Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen sich im Stich. Sie sind deine einzigen, wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Oh, eigentlich kommen sie ihn irgendwie. Hört sich schon schnell ein Kreuz geholt, ey. Fies. Fies. Oh. Aber grundsätzlich frag ich mich jetzt halt schon irgendwie, wofür haben wir jetzt die weiße Frau kontaktiert? Letztendlich. Also. Oh. Wie? Was? Nein, wir sind... Nein. Okay. Sind... Oh, wir spielen jetzt die weiße Frau. Wir sind jetzt in ihrem Reich. Na, achso. Okay. Dann hat sich wohl meine Frage damit so ein bisschen erübrigt. Oh, Gott. Oh, ich sehe schon, wie ich diese schiefe Schello da im Hintergrund höre. Ah. Was sollen wir jetzt tun? Okay, jetzt... Sollen wir uns jetzt ein Opfer holen oder was? Was ist jetzt... Was ist zu tun? Sind wir denn immer noch Julia oder sind wir die weiße Frau? Oder sind wir vielleicht Mitch Buchanan? Aus Baywatch. Wer weiß. So, was haben wir hier? Hier haben wir mal abgestürztes Flugzeug. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Jetzt ja richtig tief. Ich würde tatsächlich mal wirklich irgendwie versuchen, zum tiefsten Punkt runterzutauchen. Was ist denn du so wie mir hier am Arsch hier? Oder sollen wir nach oben tauchen? Kann ich jetzt so auftauchen tatsächlich? Dann sollen wir einfach nur ins Licht... Oh Gott. Wer macht denn hier unter Wasser eine Laderme an? Das ist ja Quatsch. Aber wahrscheinlich dient es uns jetzt einfach nur als Orientierungspunkt, wo wir hin müssen. Okay, wir können nicht auftauchen. Wir können nicht auftauchen. Können wir denn wie hier reinschwimmen? Gibt es hier irgendetwas? Was ist denn das für Quatsch? Also irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass jetzt hier so eine Scheiß Laterne unter Wasser ist. Oh wie, also... Oh, was? Wartet? Faser hat diese Ektoplasma hier von uns ab? Diese grüne Zeug? Können wir nochmal... Achso, das Einzige, was ich mal probieren kann, ist vielleicht, dass wir halt... Das klingt irgendwie abstrus, aber halt so die Glühblone rausnehmen oder irgendwas. Okay, ich glaube, ich habe unser Ziel gefunden. Die Mucke ist mega geil, also. Oh Gott. Krass. Schlüssel? In einer Paderwanne? Oh. Okay. Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Ja, grundsätzlich ist die Frage erstmal... What the fuck? Wofür ist dieser Schlüssel? Nein, ist es für Marthas Schmuckkästchen? Ist es vielleicht für Marthas Schmuckkästchen? Und... Ja. Ja. 16. Juli. Liebe Schwester. Ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren. Also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Na, das ist ja ein dicker Hund. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch vor mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Na, das ist ja ein dicker Hund. Da hat sie nur so getan. Da hat sie nur so getan. Na, ich schneide ja ab. Also. Okay, dann schauen wir nochmal. Hier gibt es nichts. Ah, haben wir hier eine kleine, ein kleines Tonband versteckt? So, legen wir auf die Platte. Julia, ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen und du warst meine Stimme. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt Julia. Oder sind, nee doch, wir müssen ja Julia sein. Also das ist ja Marthas Bett, das ist Marthas Schmuckkesschen. Und, was, was soll man jetzt tun? Ich muss dir sagen, dass ich bin, ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt, wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Deshalb liegt Julia quasi in ihrem Bett. Da haben, da hat Martha mit Lapo geschlafen. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Der Schlinge und der sagt doch, wie kann ich euch denn auseinanderhalten, weil wie geht denn das, dass keiner euch auseinanderhalten kann? Die Sau. Lapo, 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 Lapo. So. Liegen wir hier hin. Liegen wir oben hin. Okay. Ja, schau an. Also ist Martha schwanger gewesen dann. Das ist ja ein Ding, ey. Also wirklich. Na? Kannst du es? Ja, da. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Es ist aber cool, dass das halt so Retro-Perspektiv. Ihr zeigt, ihr gesprochen und ihr spielt wird irgendwie. Das macht das tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr cool. Also die Umsetzung ist unheimlich gut in diesem Spiel, finde ich. Also ihr werdet ja auch merken, irgendwie, dass halt, also die Atmosphäre ist halt so ultradicht irgendwie. Also krass. Einfach krass. Ich werde allein zum See gehen. Mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Boah, wieso, ey, wieso, wieso tut die das, wieso tut die das ihre Schwester an? Ich war verärgert, unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Hallo, warum ist ja mein Schrank offen? Das ist aber komisch. Was ist denn hier nur los? In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. So, so warten die. Ja, wir sind an die Zauberung. Okay, dann schnappen wir uns doch schnell unsere Tasche. Und ab zum See. Aber die Tür geht nicht auf. Muss ich noch was mitnehmen? Warum geht denn die Tür nicht auf? Warum geht der nicht zurück? Die Badekappe noch eingepackt, warum wir noch einen Badeanzug, oder wie? Achso. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Nein, es ist mir immer noch nicht möglich, das Zimmer zu verlassen. Ich muss anscheinend immer noch... Soll ich jetzt noch ein Bett machen? Nein. So. Gibt es etwas, was ich tun soll? Show me. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Ja. Und ich habe wie immer verschlafen. Letztendlich bist du wahrscheinlich zu spät gekommen, weil du dich halt einfach noch eine Stunde über dein Zimmer aufhalten hast. Die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Wäre hier doch auch raus, bitte. Wäre jetzt krass gewesen, wenn die Mutzersaufe vor der Tür standen hätte. Nein, du riechst nicht raus. Tade, dass wir hier nicht reinkommen. Okay. Also, wir machen jetzt. To the sea. Und da wäre jetzt mal gespannt. Sehen wir... Wir finden wahrscheinlich nur ihre Leiche, ne? Irgendwie. Aber sehen wir vielleicht von Weitem noch etwas. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Aber auch normal. Früh. Solo-Feuchtigkeit. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Aber wir wissen doch noch ja nicht, ob es die Mutter war. Hallo? Achso. Ladebildschirm. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Okay, also jetzt spielen wir quasi wieder die Jetzt-Julia. Neues Kapitel, der Friedhof. Sechs Tage nach Marthas Tod, 20 Uhr. Und wir haben natürlich einen neuen Tagebuch-Eintrag. Oh, krass. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Wie denn? Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Also es ist jetzt natürlich echt naheliegend, dass ihr das denkt, aber wir wissen es nicht. Wir haben noch keinen Beweis dafür. Das ist jetzt alles nur Indizien. Klingt scheiße, aber ja, wir haben keinen Beweis. Oh, hier können wir ein Foto machen. Wir müssen hier so ein Foto machen. 400 Iso-Film. Er kommt bei der Aufnahme von Wolken und in Innenräumen voll zur Geltung. Jo, ho, 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 was ist los hier? Und wieder einmal war der Schauplatz einer anschaulichen Grausamkeit. Ein Bauernhof wurde gestürmt und die Tiere wurden gestohlen und getötet. Ja. Das ist doch eigentlich, warte mal. Korrektbild, das haben wir ja schon. Entschuldigt bitte. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Super. So, das dürften wir ja schon nichts mal gelesen haben. Das ist ja immer der gleiche Brief, oder? General Erich K. Ja. Ja, ja, ja. Tatsächlich haben wir noch nicht probiert, mal eine andere Telefonnummer zu wählen. Oh, ist aber... 20 Uhr ist düster langsam, ne? Ähm. Oh, neue Terrorkarten. Wow. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Sollte man generell nicht. Aber man ist auch nicht immer so außen vor davon. Der Teufel. Jetzt wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Ach, interessante Interpretation. Der Tod. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Ja. Okay. Noch die. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Der Tod. Der Tod. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Telegramm. Ich lege es in den Drittkasten. Schönen Tag noch. Alles klar. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Sie haben Post. So, natürlich werden wir erst mal... Wie ist es für uns... Ist es uns gezeamt? Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Achtet vor. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Mhm. Okay. Der Stern. Was war das? Bombenangriffe. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Pocci Bonzi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte, da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Toll. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Ja, da gibt es null Toleranzgrenze. So, aber dass wir auf unserem eigenen Grundstück, sagt man, eine Telefonleitung durchkappen, irgendwie, das hat es schon in die Nachrichten gebracht hier. In die Zeitung. So, was haben wir denn hier für einen Brief? Telegram. Meine Kampagne, tschuldigung. Liebe Frau Irene K., Nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. So, was war das? 0782? Da rufe ich jetzt mal an. Da rufe ich jetzt mal an. Null. So, ihr Lieben, so funktionieren übrigens Wildscheiben. Von damals. 0782 war das, glaube ich. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Wie kann ich helfen? Information. Hallo. Wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der Sie wohnen, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Nein, ich habe kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Rathaus 6 9 2 2 ist die Telefonnummer. Also 6 9 2 2. Warte, ihr lacht. Der Bürgermeister, bitte. Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Mit dem Bürgermeister, Frau zur Annahmestelle. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags im Krankenhaus von Volterra. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Sehr hoch. Ja, hallo. Informationen verlangen. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau, das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird. Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Scheiße. Verabschieden, auflegen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mist. Die sind schon auf dem Weg. Aber wir haben den Ballermann. Der klickt ja alle um. So, was haben wir hier noch? Haben wir den schon mal genommen? Wie ist das schon eigentlich mehr? Gemeinde San Casciano. Ja, haben wir schon. Provinz Florenz. Sterbeurteil. Haben wir schon. Haben wir schon. So, okay. Alles klar. Dann mal fix runter. Film entwickeln. Wieder einmal. Oh. Mother. Jetzt in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Scheiße. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Denn würde ich sagen, machen wir das mal. Vertrag rüber wachsen lassen, damit sie uns schön vergessen an einer Zelle, ey. Ach, der Schatten ist ja cool. Diese blöde, blöde Mistkuh. Und was ja wirklich krass ist, dass sie ja zu uns unterwegs sind. Irgendwie. Das heißt, ab da, ihr wisst, stelle. Oh, ab da oben war ich auch noch nie. Mann, Mann, Mann. So, okay. Schauen wir doch erstmal hier. Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Aha. So, ich musste mal ganz kurz. Bei mir. Oder nee. Kannst du ja anders machen. Macht er nicht? Macht er nicht. Ist ja blöd. Dann muss ich mal hier bei mir ganz kurz mal eine kleine Einstellung am Monitor machen. Ist jetzt doch ein bisschen dunkel warm. So, okay. Entschuldigt bitte. So, kommen wir hier rein? Nee, kommen wir nicht rein. Oh, ein Mond fällt. Oh, wie geil. Wie so ein Stumpfling, der noch nie im Mond fällt. Ist eh in der Drücke. So, hier haben wir die Nachricht. Toskana. In ganz Italien kämpfen die Menschen gegen die deutschen Invasoren. Mehr als ein Drittel Italiens wurde bereits von diesem verhassten Eindringling befreit. Wir wissen, dass ihr viel tut, um zu verhindern, dass die Deutschen ihre Macht über euch stärken. Der Tag eurer Befreiung rückt näher. Eure Freiheit ist euch sicher. Eure Region ist in diesem Befreiungskrieg von größter Bedeutung. Behindert die Deutschen, indem ihr euch weigert, mit ihnen in irgendeiner Weise zu kooperieren. Die Transportmittel sind essentiell für die deutschen Truppen und ihre Versorgungsgüter. Eure Region ist das Zentrum des Verkehrsnetzes südlich der Apenninen. Das Dreieck La Spezia-Florenz-Livorno ist von großer Bedeutung für die Deutschen und ihre Hoffnung, das Joch über Italien aufrecht zu erhalten. Toscana, verdoppelt eure Anstrengungen. Der Tag der Befreiung rückt immer näher. Vereinigt euch und gebt euer Bestes, um eure Befreiung zu beschleunigen. Viva la Revolution. Oh, ist das schön. Mann, sieht ja toll aus. Italien ist so geil, ey. So, okay. Also wir haben es noch nicht gefunden. Irgendwo ist es versteckt. So, ich gehe mal ganz kurz. Also jetzt haben wir Notiz. Das ist die roten Stellung. Mache einen Abzug von dem Foto. Ja, mach einen Abzug von dem Foto. Und das muss ich dann wahrscheinlich hier hinpacken. Naja. Ach, wie schön, ey. Bin ich nur am schwärmen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal auf den Friedhof. Aber die können doch jetzt nicht wirklich da diese Dinge mit drei Grabsteinen hier meinen. Detail. Das kann es doch nicht sein, oder? Wo ist denn hier der Friedhof? Vielleicht rufe ich den Friedhof einfach mal an. Vielleicht, die sagen mir dann die Adresse. So. Da gehen wir einfach nochmal rein. Ja, ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Irgendwie tatsächlich ist der Reiz hier mit diesen Häschen langsam Drahtesel rum zu juckeln. Irgendwie echt nicht groß. Macht nicht so viel Spaß. Und vor allem bringt es auch zeitlich überhaupt nichts. Irgendwie, dass ich jetzt... Wow. Jetzt geht es aber mal schnell vorwärts. Nüchte. Einfach nüchte. So, okay. Gut. Dann rufen wir nochmal einen Friedhof an. 6, 5, 3, 7. 6. 5. 3. 7. Mann, was das an Telefonkosten sind. Wahnsinn. Wer ist da? Hallo, hier ist Irene K. Ja und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Was sie... Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Suchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Warum sucht sie nach ihm? Er muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. So. Was haben wir denn noch? Don Attilo könnten wir mal anrufen. Aber der steckt so ein bisschen unter einer Decke mit Mama. Vielleicht verplappert er sich. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns jetzt für unsere Mutter hält. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es einfach mal. Vater, du musst Gerechtigkeit für Lapu erreichen. Du weißt, dass es nicht wirklich er war, der Martha getötet hat. Ich weiß, dass es nicht Lapu war. Und ihr Vater weiß das auch, glauben Sie mir. Aber ich kann nichts tun. Wir leben in finsteren Zeiten, mein Liebes. Komm schnell zu mir und wir werden darüber sprechen. Ja, weiß ich nicht. Denke nicht, dass ich zu ihm hier... Auf, auf den getreuen Drahtesel. Und auf geht's. Auf zum Friedhof. Ah, los, komm jetzt. Ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt, aber das Fahrrad ist jetzt nicht so das hammergeilste Feature hier irgendwie in dem Spiel. Dazu einfach, wie die letzte Kröte fährt das Ding irgendwie. Also, ich bin auch der Meinung, dass wir mit Rennen genauso schnell wären. Ah ja, egal. Oh, komm, bergauf. Oh, mach mal geht's. Martha ist in der Familiengruft. Dort ist es so unheimlich. Ich erinnere mich nicht daran, aber Nani erzählte mir, dass wir als Kinder immer dorthin gingen, um zu sehen, wer mutig genug war, die Treppe hinunter zu gehen. Niemand kam weiter als die ersten beiden Stufen. Jetzt ist Martha da unten. Allein. Im Dunkeln. Sie muss schreckliche Angst haben. Wahrscheinlich. So. Okay. Die Gruft ist hier. Nicht jetzt. Okay, wir haben jetzt gerade noch mal die Worte der weißen Frau gehört. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Okay. Hoffen wir mal, dass der Verwalter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. So, also Martha liegt in der Familiengruft. Also brauche ich wahrscheinlich jetzt hier auf den Grab stecken. Kann ich so zu gucken. Oder? Soll ich mal jetzt hier machen? Ich sollte die Pflanzen gießen. Niemand sonst wird es tun. Oh nein, Labo. Der Friedhofsverwalter jedenfalls nicht, wie es aussieht. Hm. Die Blumen. Okay, soll ich jetzt Blumen gießen oder was? Na klar. Mach ich wo noch. So, krieg ich jetzt hier. Da kriegt wahrscheinlich Wasser her. Und da haben wir die Gießkanne. Wunderbar. Die Gießkanne könnte helfen, um die Grabbepflanzung zu wässern. Ja, das denke ich auch. So. Da wie ein Fusschen saftet. Mit der vollen Kanne werde ich nun die Pflanzen gießen. Auch Sätze, die ich mir selber immer so sage. Haben wir doch gemacht. Haben wir doch gemacht. So. Und bitte. Labo, nur für dich. Treulose Tomate. Labo. Wenn du vor mir stehen würdest, was würde ich zu dir sagen? Dass ich wütend bin, weil du mit Martha geschlafen hast? Nein. Ich bin nicht wütend. Es tut mir leid, dass du das alles von mir verheimlicht hast. Es schmerzt vielleicht ein wenig. Aber angesichts deines Todes ist jetzt alles bedeutungslos. Ich bin froh, dass man dich hier beerdigt hat. Wir werden Nachbarn sein. Ich wusste, dass es Papa erlauben würde, auch wenn du mit den Partisanen gekämpft hast. Das ist erstaunt. Für ihn ist dieser Krieg fremd. Genauso wie für mich. Auf Wiedersehen, Labo. Wir werden uns bald wiedersehen. Es ist an der Zeit, nach Martha zu suchen. So, na dann suchen wir nochmal nach Martha. Martha soll ja in der Familienruf liegen. Also würde ich sagen, dass das eben nicht auf der Fläche ist, sondern in einer dieser Verschläge gegangen. So, hier könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie hier so ein bisschen... Ah, hier hätten sie schön die Supporter von dem Spiel unterbringen können. Aber wahrscheinlich wäre das hier, keine Ahnung, wenn hier irgendwie Knüppelzitze 13 stehen würde, wahrscheinlich nicht so... Zieht wohl nicht so in den Spiel rin. Naja. Nicht so immersiv. Aber wäre ein schöner Platz dafür gewesen. So, ist es hier? So, hier? Ah, hier können wir was machen. Interaktion. Die Tür ist verschlossen. Aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu knacken. Ja, da habe ich schon vorhin was gesehen. So, dann holen wir uns mal den Boelzenschneider von hier vorne. So, wunderbar. Zack haben wir. Die ist perfekt. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Haben wir den jetzt hier gerade irgendwie verpasst oder so? Ne, denke nicht, ne? Das ist wahrscheinlich nur, um uns jetzt hier noch unter Zeltdruck zu setzen. Ah, ist da eine Messerschmitte. Sieg doch von hier. Sieg doch von hier. So. Dann mach, komm, mach auf das Ding. Ach Gott. Und los geht's. So, push to open. Okay. Jeder ergreift eine Seite. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich auf die Seite meiner Familie stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ja. Anleitung für den Telefonautomaten. Die Münze hat's entschieden. Die Münze hat's entschieden. Wenn Sie beispielsweise die Nummer 0573 anrufen möchten, nehmen Sie den Hörer vom Telefon und halten Sie ihn ans Ohr. Sie hören einen Dauerton. Legen Sie zunächst den Zeigefinger in das Loch mit der Zahl 0. Drehen Sie die Wählscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Lassen Sie die Wählscheibe von selbst in Ihre Ruheposition zurückkehren. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die Zahlen 5, 7, 3. Das ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich von Sinn irgendwie, weil ich denke, die wenigsten von uns noch mit Wählscheiben umgehen können. Also die wenigsten von euch tatsächlich kennen sie tatsächlich noch. Ist eigentlich ganz gut, dass man ein Tutorial für hat. Das reicht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Meine Familie wurde von diesen dreckigen Nazis umgebracht. Meine Tochter wurde nicht einmal beerdigt und ich musste stattdessen dieses Halbblut beerdigen. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia. Ja, das ist natürlich krass, ne? Irgendwie, wenn du dein eigenes Kind nicht beerdigen kannst, irgendwie, und dann... Und wir haben ein neues Skin freigeschaltet für die Kamera. So, so. Okay. So, das hat uns jetzt hier aber auch nicht wirklich weitergeholfen, irgendwie, tatsächlich. Oder? Können wir jetzt hier... Warte mal, ich habe hier noch einen Schlüssel. Haben wir hier noch. Ah, okay. Wunderbar. Jetzt brauchen wir bloß noch die passende Tür dafür. Ist es das? Nö. Ist es das? Nö. Ist noch nicht mal ein Schlüssel noch? Vielleicht die? Auch nicht. Oh, hier frische Blumen. Hier wird es sein. Denn jetzt mal das Mausoleum schließen. Die Familie in Groft. So. Der Eremit. Krass. Ich kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Naja. Also, da habe ich auch schon schlimmere Grüfte gesehen. So, okay. Aber was könnte... Oh, da hinten... Oha, okay. Oha. Sehr explizit. Prinzipiell mal lustige Anmerkungen an der Stelle. Irgendwie würde sich rein wirklich vom Bildaufbau für ein Thumbnail eignen. Kannst du aber nicht nehmen. Aus Gründen. Wegen Gründe. Naja. Okay. Nur mal so. Kurze Anmerkungen an der Stelle. So, Martha Sark. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum da unbedingt Hakenkreuzbanner drin hängen müssen. Irgendwie. Also... Ich kann öffnen. Das war nichts. Was werden wir denn jetzt tun? Will ich die Mucke schon wieder hören? Nein. Nein. Warte mal. Die will doch jetzt nicht wirklich... Die will doch jetzt nicht, oder? Also, die These war ja, dass Martha eventuell schwanger ist. Hoppala. Wir müssen wahrscheinlich zensieren. YouTube ist da sehr, sehr eigen. Ey, die will jetzt nicht wirklich gucken, ob sie wirklich schwanger war, oder? Ey, die kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Was machen die jetzt? Oh, nie. Komm, noch nie mit so einer Schere heben. Nö. 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 Na. Nee. Nee. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Hm, 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 hm. Oh, oh. Oh, nee. Jetzt nicht ver... Hm, nicht verschneiden. Oh, komm. Leute, das ist... Das muss doch... Ja, das muss jetzt nicht sein. Das ist versteuner Scheiß. Das ist richtig versteuner Scheiß. Okay. Du musst doch wirklich... Du musst doch wirklich weitermachen. Du kannst ja einfach aufhören. Wunderbar. Ey. Ha, und? Hast du die Punkte, weil du suchst? Oh, nee. Nee. Komm, hör auf. Ach. Also, das ist jetzt... Das ist so... Ein bisschen zu viel, die suchen jetzt hier. Es war die Wahrheit. Martha war schwanger. Schwanger mit einem deformierten Fötus mit zwei Köpfen. Was? Schon wieder, Zwillinge. Es hieß immer, dass es in der Familie liegt. Ein Schock folgte dem nächsten. Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb. Ich wurde unaufhaltsam. Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren, um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen. Wer weiß, warum... Nein. 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 Ach, das ist so viel. Das ist so viel falsch dran. What? What, what, what? What? So. Okay. Schwer zu glauben nach den Taten davor. Schwer zu glauben. So, ist jetzt die Tür zu? Doktor, ich muss Ihnen für Ihre Hilfe danken. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tun würde. Selbst unser lieber Donatilio scheint die Situation nicht zu verstehen. Irene, bitte ziehen Sie den Gedanken in Betracht, Italien zu verlassen, wie Ihr Mann vorgeschlagen hat. Es wäre für alle das Beste. Ganz besonders für das Mädchen. Ich fürchte, dass sie nichts gesund machen wird. Ihr Vater will es nicht wahrhaben. Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren. Ich stimme zu, aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen, in spezialisierten Kliniken. Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung, nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt. Aber sie ist ein furchtbarer Ort. Das wissen Sie nur zu gut. Das können Sie unmöglich für Ihre Tochter wollen. Natürlich nicht. Sollte man meinen. Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst, für uns, für alle. Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden. Sie muss sie genommen haben. Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor. Ich kann nicht länger warten. Außerdem wissen Sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Aber Sie werden mit Erich zusammen sein. Einem geschätzten General. Echt gute Pizzamann. Jeder wird Sie respektieren. Dieses verfluchte Mädchen. Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt. Ich werde hier im Keller auf Sie warten. Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen. Das ist sicher. Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf Sie werfen. Aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für Ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Danke, Doktor. Und keine Sorge. Wir werden uns später sehen. Aha, okay. Und deshalb sitzt Mutti also im Keller die ganze Zeit. Verstehe. Oh, okay. Sie schläft. Sie schläft. Das muss ich ausnutzen. Ich werde sie zum Reden bringen. Ganz leise. Sie wird die Wahrheit offenbaren. Aus Angst. Und sie denkt, dass ich zum Schweigen gebracht werden kann, indem sie mich für verrückt erklärt. Aber ohne ihr Wissen werde ich alles aufnehmen. Jeder wird wissen, was du mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Okay. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Okay. Und was heißt... Was ist jetzt der Plan? Was ist jetzt der Plan? Mäuschen, willst du jetzt... Die Dienstwaffe meines Vaters. Wat? 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 Warte mal kurz. Wat sollen wir jetzt... Moment. Äh... 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 Cutterfassend... Ja, 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 ja. Warum haben wir das in den Keller? Ich möchte hier auf keinen Fall über den Weg laufen. Ich werde den Film später entwickeln. Entwickle das Foto. Äh... Entwickle das Bild, ja. Hm, du wirst sehen. Ja, ja, ja. Was sollen wir denn machen? Achso, vielleicht kann ich die Tür schließen? Schade, das wäre schön gewesen tatsächlich. Oder soll ich sie fesseln? Soll ich die Mutter jetzt fesseln? Mit diesen... iPod-Kabeln? Ich kann ja jetzt nicht die Mucke anmachen. Und ich kann jetzt auch nicht einfach losentwickeln. So viel Lärm machen und sie aufwecken. Okay. Was soll ich also tun? Gibt es hier etwas? Also auf der einen Art sagt sie, okay, wir müssen uns vorbeischleichen. Wir müssen es nutzen, irgendwie, dass sie schläft. Verstehe jetzt nicht, irgendwie, ist das jetzt hier wirklich so laut, dass ich jetzt hier eine Forderung mache? Hm, I don't understand gerade. Wir können wieder rennen, noch sonst irgendetwas. Nochmal jetzt, Hütz, 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 Hütz. Konnektiert. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Ach, ja. Hat sie ja gesagt, sie will aufnehmen und jetzt konfrontieren. Okay. Lüt, machen wir das. Feuerwehr ist im Spiel in Italien gewesen. Und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Ach ey, du zittern in der Hand. Weißt nichts Gutes. Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. What? What? Oh Gott. Was habe ich getan? Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Okay. Okay. Das kam jetzt doch etwas unerwartet. Tatsächlich. Ist es der Sch... Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Schau mal. Das hätte ich mir denken können. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt ist hier wirklich meine Bombe heflogen. Mein Gott. Ach du Kacke. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Ja. Dann wollen wir... Dann wollen wir ganz schnell ran hier. Ach du Scheiße. So. Schnell. Verdammt. Der Strom ist ausgefallen. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. Mann. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell hoch zum Zimmer. Wenigstens. Wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Oh, ist bestimmt Fesseln oder irgendwas dran. Und? Haben wir die Zeitung von heute schon gelesen? Glaube nicht. Bombenangriffe. Bombenangriffe. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Pocci Bonzi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Aber die hatten wir schon in die Zeitung. Die hatten wir, glaube ich, schon. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte, da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Ja, da wird nicht lange geverkettet. Da wird gleich, egal, was du gemacht hast. Irgendwie hast du den Ragen gebetet. Nee, meh, tot. Entschuldigung, abgeschlossen. Tot. So. Denn. Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Also mich würdet wirklich nicht wundern, wenn da jetzt tatsächlich Fesseln am Bett sind, irgendwie. Hm, okay. Ein Kasperletheater. Dies ist ein Kasperletheater. Aber wer hat die Kerzen noch nie gemacht? Hm, na klar. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie. Nicht die Liebe. Junge Dame. Verwenden, um verfügbare Aktionen anzuzeigen. Okay. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde... Wo sind wir denn? Ach so. Warten. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Skurril. Bewege die Puppe. Ach, da ist sie. Ach. Weil ich an der Puppe bin. Der Liebhaber. Sprechen. Oh. Du hast mich betrogen. Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Was? Was? Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Und? Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Koko Wulgan. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Was? Äh. 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 Was? Was hab ich dir angetan? Was? Alter. Was? Was? Mann, was ist das für ein krankes Spiel, ey? Beifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Der Priester. Letzte Ölung. Da hängen wir. Kann ich aber etwas anderes machen? Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab mit Masters gespielt, irgendwie. Sowas nicht. Sie suchen überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die weiße Frau. Ja, das ist ja quasi die Geschichte vom Anfang, ne? So. Und ich glaube, die arme junge Frau wird sie nicht übernehmen. Wäsche war schon ein bisschen didu. La, la, la. Und noch den Pulli von meinem Mann. Ist aber auch anstrengend. Oh, die Dame. Oh, die Dame. Oh. Oh, ho, 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 ho. Oh, nie. Oh, ist schon wirklich fies. Hilfe! Hilf mir! Ah, mit runter. Und das spielen wir jetzt schön nach. Sie sagen, der Krieg ist bald vorbei. Nee, okay. Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Ach, die andere spricht natürlich nicht. Ach, sie werden uns alles nehmen. Werden wir nach Deutschland gehen? Oder werden wir armen werden? Werden wir nach Deutschland gehen? Ich befürchte, das wären wir. So, hast du Lapo gestern gesehen? Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich stelle mal die Frage, die offiziell gestellt wurde? Was du Lapo gesehen hast, wissen wir. Sprechen? Ich möchte ein paar Fotos machen. Ich möchte warnen. Na, komm. Ich möchte ein paar Fotos machen. Wir bleiben mal bei der Story. Was ist, wenn Mama es herausfindet? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? So, wirst du tatsächlich im Morgengrauen aufwachen? Gute Frage. Weck mich auf. Weck mich auf. Hast du Lapo gestern gesehen? Hast du Lapo gestern gesehen? Warum fragst du? Nein. Ja, warum fragst du? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Also haben wir vielleicht unsere Schwester aus Einversucht getötet? Wussten wir schon davon? Wusste ein Teil von uns schon etwas davon? Nein. Groß geschrieben. Ganz groß geschrieben. Sollen wir die Betten tauschen? Wie früher? Als wir noch Kinder waren? Das war ein harter, harter Themenbreak irgendwie. Klar, tolle Idee. Mit Dünn. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich jetzt den Mord an unserer Schwester tatsächlich über die Puppen jetzt darstellen. Also schon, die Inszenierung ist schon wirklich krass in diesem Spiel irgendwie. Muss man ganz klar sagen. So, das wird morgen grauen. Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich kann mir nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Ein Messer nehmen. Wir sprechen mal erstmal. Oh. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Interessant, weil Martha jetzt tatsächlich spricht. Den Stock nehmen. Oh Gott. Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen. Oh, nee, das ist mir heftig hier. Machen wir erstmal Hallo Julia. Ein bisschen Smalltalk machen hier. Was willst du von mir ausziehen? Das Messer nehmen, das ist alles nicht so geil irgendwie. Was willst du von mir? Komische Frage. Sprechen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Lass mich in Ruhe, du bist nur eine alte, arme Frau. Tut mir leid Mama, ich wollte nicht ungezogen sein. Naja, was sollen wir jetzt hier rumdissen irgendwie? Ich würde mal erstmal versuchen, wirklich hier die Beiflacht zu halten. Tut mir leid Mama, ich wollte nicht ungezogen sein. Nein, Martha hat unmöglich versucht, nett zu ihr zu sein. Heißt jetzt, also bitte nicht noch... Ah, okay. Hm, verstehe. Na gut. Hallo Mama. So. Mama sagt natürlich irgendwie... Na, sagt sie... Na komm, sie sagt immer noch Hallo Julia. Hallo Julia. Ja, genau in diesem Totenfall. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Wir müssen mal alles ruppig bleiben. Sprechen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Lass mich in Ruhe, du bist nur eine arme alte Frau. Lass mich in Ruhe. Du bist nur eine arme alte Frau. Aber sie war ja nicht ausgezogen, oder? Als wir sie aus dem See geholt haben, oder? Oder sie hatte bloß so ein Leib... Achso, sie hat so so ein Leibchen bloß angehabt, wa? Schnell umziehen. Moment. Du musst mal meinen Badeanzug anziehen. Nee. Oh, doch. Ein bisschen nackig. Ein bisschen sollnackig. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Na, wenigstens hatte ich Spaß. Ich nehme jetzt ein Bad. Lass mich in Ruhe. Blöde Kumpel. Spiech. Spiech. Kommt aus dem Wasser. Ausziehen und ins Wasser gehen. Was? Was? Ja, was? Das sind alles irgendwie komische... Auswahlmöglichkeiten. Kommt aus dem Wasser. Ich glaube jetzt nicht, dass sich die Mutter damit ausgezogen hat. Also wenn dieses Szenario überhaupt stattgefunden hat. Du hast nichts zu sagen. Ich tue, was ich will. Ja, ich glaube das... Okay. Und dann können wir also nur noch jetzt den Stock nehmen. Ah, wichtig, dass wir uns vorher ausziehen. Das ist, äh... Die schönen Klamotten. Obwohl, wir haben ja ein Stück von dem Stoff gefunden. Tatsächlich am Ende des Flusses. In diesem kleinen Rinnsal. Also... Spiech. Und Kloppen. Na toll. Du bist schamlos. Also probiert... So lange wie geht irgendwie eine Kommunikation. Obwohl jetzt schon so abstrus gerade ist. Angreifen. Ach Gott. Nein, 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 nein. So ist es nicht gewesen. So ist es nicht gewesen. Mama ist nicht gestorben. Okay. Dann mal auf die harte Tour. Stopp nehmen. So. Mutti ist ja nicht... Warte. Uh, ne, Moment. Warte. Sprechen. Willst du mir wehtun, Mama? Willst du mir wehtun? Oh, scheiße. Okay. Gut, das funktioniert auch nicht so schnell. Stock benutzen. Dung. 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 Ja. Diese Version ist glaubwürdig. Ah, okay. Na dann. Wiederholen der Szene. Okay, man könnte das also nachspielen nochmal. Aber wir sagen jetzt mal fortfahren. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die weiße Frau. Bist du wohl aus dem Holz verschieben? Brechen. Ein kleiner Arm. Ach Gott. Der Opa hat die Puppen so in Ruhe und in Mühe. Ich nütze für dich, Julia. Und noch ein kleiner Arm. Und noch ein kleines Bein. Das weist wirklich auf einen sehr, sehr gestörten Geist hin. Und den Kopf jetzt auch noch. Natürlich. So bekommst du aber in 20 Jahren keinen super Sammlerpreis mehr für die Actionfigur. Nur noch der Kopf ist übrig. Platsch. Den Mob nehmen. So, dann machen wir schnell sauber. Bevor Fati nach Hause kommt. Und einmal aufräumen, bitte. Sehr schön. Und hier auch nochmal etwas aufräumen. Und jetzt verbuddeln wir den Rest von Mutti. Okay, alles klar. Das ist... Jetzt verstehe ich das erstmal. Das, was wir jetzt spielen, tut sie tatsächlich gerade wirklich. Also, die hat quasi die Leiste zerstückelt. Den Keller sauber gemacht. Und verbuddelt jetzt Mutti. Krass. Krasse Erzählweise. Krass. Na, könnt ihr nicht weißen. Muss das Kopf nehmen. Ich war unter der Brücke, aber... Aber... Es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Nö. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich. Die weiße Frau. Der Kopf. Oh Gott. Oh Gott, Ed. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist kein Spiel. Werde den Kopf los. Also, ich möchte jetzt nicht raus... Achso, die Schweine sind eh tot. Bisschen hart, aber... Wo machen wir meinen Kopf hin? Wohin? Mit dem Kopf? Vielleicht im Keller irgendwo? Oben kann ich ja die wahrscheinlich nicht so wirklich gut verstecken. Oh Gott. Gott. Kannst tatsächlich nicht so wirklich verstehen, was da gesagt wird. Ich habe was? Ich habe gespielt? Okay. Hier kann man nicht drauf zugreifen. Können wir den Kopf vielleicht an ein Fass werfen? Aber das ist auch wahrscheinlich ein bisschen abstrakt. Vielleicht, ähm... Doch draußen. Denn eher... Ich hoffe jetzt nicht so ewig weit, bitte. Das... Wäre mir schön. Dann war jetzt hier nicht erst irgendwie bis zum... Nein, muss ich damit bis zum See laufen? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. So, okay. Scheinbar hat das fast die Kirche getroffen. Oh, wann ist denn ein Brunnen? Ne. Aber wer schmeißt so ein Ding ohne Brunnen? Dann schießt es doch selber ins Knie. Ah, das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Lassen wir es mal wie ein Unfall aussehen. Aber auch das geht nicht. Wie es scheint. So, sollte ich vielleicht der Kerzenspur... Ja, wer soll anscheinend der Kerzenspur folgen? Okay. Dann gehen wir doch runter zum Fluss. Okay. Und da... Oh, shit. Shit. So fies, ey. Fehlt es tatsächlich gerade an Worten dafür. Perfide. So, und jetzt schippen wir die da noch zu hier. Ne, macht er nicht. Why? Wer den Kopf los? Na bitte. Ist das... Okay. Lang zu, oder wie? Und das war dann. Wird das Zeug jetzt hier so liegen lassen, oder wie? Das kannst du doch nicht... Was? Das kannst du doch nicht machen. Gut. Dann gehe ich schnell ins Haus und entwickle den Film, hoffentlich jetzt. Aber vorher kann ich nur ein Foto machen. Im Keller. Oh, krass. Oha. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Tatsächlich habe ich total veressen, dass der Strom weg war. Und scheiße. Oh, krass. Die Stadt brennt. Die Stadt brennt. Ne? Das Code-Wort. Und jetzt müssen wir erstmal hier kurz hinten ein Filmchen, ein Foto machen. Okay. Okay. Zack. Gut. Schwupp. Schwupp. Ich benutze die Kamera. Mach mal ein Foto. So. Jumpscare. Kann ich jetzt ja nicht, weil muss ja erstmal was zu sehen sein. Muss ich ja erstmal entwickeln. So. Julio. Dann machen wir mal eine kleine Entwickler-Session. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir entwickeln müssen. Und sie muckern. Nö, können wir nicht. Schade. So. So. So, wir nehmen als erstes dieses Foto entwickeln. Wird jetzt nicht der perfekte Foto. Ah, die zu blutige Hand ist ja heftig, ey. So. Alles klar. Und ab ins Entwicklerbad. So. Oha, wir kriegen eine Nachricht. So, ich muss jetzt tatsächlich mal kurz hier darauf achten. Wer vor dem Licht flieht, versteckt sich hinter ihm. Was ist das? Ein Witz? Vielleicht hat jemand auf den Film geschrieben. Und was soll das überhaupt bedeuten? Licht. Wie göttliches Licht. Das hat das vielleicht etwas mit Religion zu tun. Eben. So. Ins Album liegen. Und fort damit. So. The next one. Überspringen wir mal den Teil jetzt immer. So. Dieses Foto entwachtet. Also das ist doch wirklich echt so fucking morbide, ey. Sehr gut. Und. Was damit? Ich werde zu dir zurückkehren, Marta. Zusammen werden wir alles klären. Nur du und ich. Was willst du denn klären? Was willst du denn hier klären? Du kannst hier nichts klären. Ich weiß, dass du tot. Was gerade deine Mutter auch mir macht. So. Was haben wir denn noch? Wer macht das? Dieses Foto entwickeln? Und wir haben noch den Film tatsächlich. Irgendwie. Vom See. Und ich bin wirklich gespannt, ob Mutter drauf ist. Ich glaube es nicht. Kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden drauf sein. Switch. Switch. So. Sehr gut. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen. Sehr schön. Ins Album legen. So. Na dann. Geht es jetzt mal um die Wurst hier. Freunde. So. Hier haben wir nichts. Das ist nichts. Und hier haben wir noch was. Okay. Die Mucke wird heftig. Könnte tatsächlich wirklich unsere Mutter sein. Das würde mich wirklich wundern. Sind da voll Geräusche, die gehören? Oder sind wir doch? Kannst du nicht erkennen. Kannst du nicht erkennen. Oder ist es? Hier sind es. Oh Gott. Es ist also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Oh Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber ich kann nicht mehr. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen. Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Liebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten. Was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General... Es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg, bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so. Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief, Erledigt! Die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt. Ich blieb regungslos am Boden liegen. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. Alter, das ist ja mal hier auf jeden Fall ein Story-Turn, ey. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorde in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Okay. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, ist gut. Beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte. Und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzen. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte. Nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Oh mein Gott. So, na dann. Öffnen wir mal die Tür. Und das, was geblieben ist, ist das Puppentheater. Ihr seht, ich hatte noch kurz Zeit während dieser unerträglichen Folter-Szene, mir noch schnell den Bart zu rasieren. Und ja, na gut. Auf zum Puppentheater. Wir schnappen uns noch schnell unsere Tasche. Und dann ab nach oben. So, grundsätzlich könnten wir jetzt noch, grundsätzlich könnten wir noch sagen, wir haben ja noch, na, auf geht's, die Gotenstellung irgendwie. Lass das Foto in der Nähe des Baches. Das könnten wir noch tun. Ramsti, Bamsti, Bamsti. Die müssten wir tatsächlich noch anrufen. Schau mal an. Okay, das Telefon. Das Puppentheater. Na gut. Dann gehen wir mal schnell hier hin. Und wählen die Nummer. So, und zwar 6, 9, 3, 4. 6 9 3 4 Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay. Nicht jetzt. Ja, ehrlich gesagt, mir schickt nicht alle, alle Leute abtelefonieren. Was ist denn das? Achso, die sind abgefallen. Oh, die haben ja alle durchwühlt, wa? Ja, natürlich haben sie das. Oh, Mann, 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 Mann. So, Taschenlampe. Friends. Oder ein Feuerzeug? Das ist noch ein Feuerzeug. Okay. So, ich denke, hier draußen wird es jetzt nicht mehr so unbedingt so sicher sein. Oh, Gott. Also, probieren wir es erst ja nicht. Wir gehen mal hoch zum Puppentheater. Okay. 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 So, schauen wir mal, welche bizarre Geschichte sich jetzt offenbart. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Okay. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Nanny. Was ich vorhin sehr seltsam fand, ist, als wir das Gespräch mit der Mutter gehört haben, dass die Mutter etwas irritiert, so kam es mir vor, wirkte, als wir sie auf Martha ansprachen. Gab es überhaupt Zwillinge? Oder ist Martha nur die Einbildung von Julia? Was denkt ihr? Okay, gut. Sprechen wir erstmal. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ja, wie sollt ihr gehen? Ich spüre einen stechenden Schmerz. Brauchen Sie etwas? Seelische und moralische Unterstützung wäre nicht schlecht. Ich bin ja schon mal froh, dass er jetzt wieder nicht ein Messer auswählen kann oder so. Ich kann es spüren. Es ist soweit. Oh, Gott. Okay, ja, Fenster öffnen. Ich war gerade in dem Knüppel. Oh, Gott. So, und? Handtuch nehmen? Okay. Handtuch und kochenes Wasser? Ist ja tatsächlich immer das, was man so immer so hört, so, ne? Ich brauche Handtücher und koche nicht Wasser. Ich wäre so erschossen in der Situation, wenn ich da irgendwie jemandem beim Entbinden helfen müsste. Ich wäre komplett aufgeschmissen. Alles ist vorbereitet. Okay. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich! Hilfe! Irene, geht es nicht gut! So, Erich. Wo ist Erich? Ja, also. Aha. Ah, jetzt kommt der zackige Erich. Was ist denn da los? Wie geht es dir, mein Schatz? Okay, Erich. Spricht nicht. Ich werde immer schwächer. Ja, Erich. Mach was. Ruf den Arzt. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Irene ist krank. Irene ist nicht krank. Irgendwie. Na, sag mal. Wir haben ja eine Ausnahmesituation. Code Red. So beruhigt? Ah, echt, ja. Okay, Erich. Emotional. Kann ich dich jetzt nicht an ihre Seite stellen, anscheinend. Der Doktor muss her. So. Gucken, ob er sprechen kann. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Okay. Pressen, Irene. Pressen. Pressen, Irene. Pressen. Gebären. Ach, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn los? Ich hab die gedrückt. Pressen, Irene. Pressen. Hier drückt halten. Nee. Ach, abwechseln. Na, das ist ja ein Spaß. Je ballert die, Irene. Komm. Oh Gott. Oh, unheimlich. Baby. Das Baby ist da. Okay. Oh, das ist so fies. Wie geht es dir, mein Schatz? Wie, was heißt mein Schatz? Ach so. Alles wird gut. Okay. Arme Mama. Ich sehe ein Kind. Sie hat so gelitten. Ich sehe nur ein Kind. Ich habe sie so sehr verletzt. Schon seit ich geboren wurde. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Den Hund streichen erst mal. Kleine Waldi. Okay. Und sprechen wir mal mit Mama. Oh, okay. Mehrere Optionen. Habe Hunger. Ich muss mal. Mama, ich bin müde. Mama, ich habe Durst. Ach, na komm. Habe mal. Ich habe Durst. Mama, ich habe Durst. Du hast gerade etwas getrunken. Na. Das ist aber ruppig. Mama, ich muss mal. Mama, ich muss mal. Du hast keine Autolette. Was soll ich dagegen tun? Oh. Nee, mal lieber. Sag lieber nichts. Fürchterliche Mutter. Aber es ist halt auch nur die Perspektive von Julia. Ist das wirklich so passiert? Oh. Okay. Was soll ich dagegen tun? Du bist unausstehlich. Wie malt sie denn da jetzt dafür ein Bild? Erstmal eine Notstelle. Erstmal beruhigen wieder. Oh. Oh. Hm. 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 So. Sprechen. Ich habe Hunger. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Hunger. Und Mutti mal ein bisschen weiter. Weil ich will wissen, was das Bild nachher wird. Man kann es ja schon so ein bisschen erkennen. Irgendwie. Aber. Es wird bestimmt irgendeine verstörende Scheiße sein. So. Es ist noch nicht an der Zeit. Es nervt mich nicht. Es ist noch nicht Zeit zum Essen. Nerv mich nicht. Ich bin müde. Mama, ich bin müde. Oh nein. Ich kann sie fertig malen. Oh. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Schade. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Den Ballon nehmen. Schade. Warum kann sie jetzt der Bild nicht fertig malen? Also. Ich lasse es jetzt irgendwie. Der Hund. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ja, so hinterlässt er halt Namen. Kinderseelen. Oh, der Hund. Loppschner, platschner, platschner. Oh. Ei, ei, ei. Der Ballon ist kaputt. Ja. Kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Ach Gott. Nee, ich möchte. Nein. Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Nein, wenn ich... Nein, ich möchte nicht diesen Stock hier nehmen. Oh, nein. Kannst du nicht irgendwas... Nein, nein. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Ich will das nicht tun. Ich meine, wir reden hier von Puppen. Aber was halt dargestellt, wird das schon sehr explizit irgendwie. Und... Und... Natürlich steht auch nur der. Toll. Oh, Gott. Und daraus ist... Marta entstanden. Das ist nur ein Spiel. Ist das nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen werden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Ja, sie hat sich quasi Marta erschaffen, irgendwie um das auszuhalten. Oh Gott. Ja, natürlich hat Julia dich zum Weinen gebracht, ne? So, kann sie irgendwas tun? Die Tür kann nichts tun. Irene muss also reagieren. Toll. Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Ach man, ey. Ich hab nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Alter, was ist denn mit dir los? Aber gut, die Mutter sieht jetzt auch beide? Ich verstehe nicht. Mann, ey. Pff. Das macht so wütend, ey. Du unverschämtes Mädchen. Ey, wirklich. So, können sie jetzt was machen? Sprechen. Nein. Können wir bitte kuscheln? Ich liebe dich, Mama. Ich langweil mich. Was ist das? So der Hilfeschrei. Kinder brauchen einfach nur Schutz und Liebe. Mama hat dich so sehr lieb. Marta, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Julia, spiel mit deiner Schwester. Jetzt ist mal interessant, was jetzt passiert. Ich meine, sie hat halt gerade ein paar Knall gekriegt irgendwie. Diese Reaktion ist normal. Jetzt. Das Weinen. Hör auf, diese Geschichte zu erfinden. Ah, okay. Gut. So ist es also nie passiert. Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Diese Geschichten. Ach so. Tja, nun. Dann. Hau mal den Krug runter. So, und lass mich raten. Marta kriegt dafür nicht den Anschiss. Ich werde Julia das Kopf ausgießen aus dem Krug trinken. Gluck, 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 gluck. Was machst du da, Marta? Was machst du da, Marta? Also, ich kann jetzt hier wirklich nur noch an, völlig entsetzt irgendwie, die Dialoge antippen, irgendwie. Tut mir leid, Mama. Und das ist ja eben das Schlimme irgendwie. Die Kinder können sich halt nicht wehren, irgendwie. Das ist halt, das ist, du nimmst sie emotional, seelisch komplett auseinander damit. Naja, letztendlich läuft's darauf hinaus, dass der Krug wahrscheinlich kaputtieren wird, irgendwie. Also, ich mach das jetzt einfach mal. Damit die Geschichte hier vorwärts heht. Das ist für mich nahezu unerträglich hier, dieser Shit. Tut mir leid, Mama. Ich hab es nicht absichtlich getan. Ich glaube dir nicht. Du versuchst, dich über mich lustig zu machen. Das hast du absichtlich gemacht. Was hast du dazu zu sagen? Kann er nicht was zu machen? Nee, kann sie nicht. Ich bin wütend auf dich. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes, kleines Gör. Wo ist eigentlich der Vater, ey? Mann, Schätze. Komm mit, jetzt. Tut mir leid, Mama. Es tut mir so leid. Komm mit. Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör. Leute, kurz an dem Punkt mal zur Info. Ich werde euch mal unten einen Timestamp rinsetzen, irgendwie, ähm, für die Leute, die das hier zu heftig ist oder die halt dadurch halt echt getriggert werden. Ähm, also ich, ich selber würde tatsächlich vorspringen wollen, irgendwie, weil ich finde das echt ganz, ganz mies hier gerade, irgendwie. Also haut den Timestamp drin, irgendwie, ich fasse es nachher ganz kurz zusammen, irgendwie, wenn das hier vorbei ist, irgendwie, damit ihr den Anschluss wieder habt. Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun, versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still. Wir sitzen. Psch. Hilfe. Unser Drackel hilft uns. Was wird denn gibt jetzt? Mir gefällt auch, den Hund nehmen, mir gefällt auch wirklich nicht, dass wir da in der Küche sind, da mit dem heißen Topf alle. Das finde ich gut. Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Nein. 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 Lass meinen Hund in Ruhe. Nee. 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 Nee, 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 nee. Ach, leck mich doch, Alter. Ey, warum, warum zwingt ihr mich zu sowas jetzt hier angekladet? Das ist nicht, das ist nicht geil. Also, das ist... Es bringt nichts zu schreien, dummes Geyer. Nein, Mama, bitte. Trickstück. Du bist verrückt. Sicher. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Ach. Hilfe, Papa. Hilfe. Er kann aber gleich nur noch mal im Kopf schreien. Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da. Wie immer. Ich zieh jetzt einfach durch hier. Ist das... Nein. Ich werde ihn nicht essen. Ich sagte, ist... Ihr haut uns jetzt so, dann habe ich es für den Mund essen. Ich fing an, mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort. Ein Zuhause für deren Kinder. Don Atilio. Der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. So, also Leute, wenn ihr jetzt den Timestand benutzt habt, ähm, gut, dass ihr das gemacht habt, irgendwie. Die Mutter hat tatsächlich den Hund noch getötet, irgendwie, und hat Julia jetzt wungen, ihn zu essen. Fällt mir nichts mehr zu ein. Fällt mir nichts mehr zu ein. Ist einfach... Ist mir zu krass. Ist mir zu krass. Und tatsächlich bin ich jetzt wirklich wieder am überlegen, irgendwie, weil ich halt die ganze Zeit eigentlich der Meinung war, dass Julia tatsächlich irgendwie eine bipolare Störung oder irgendwas hat und sich Martha halt eingebildet hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass Bede krank waren. Die Mutter war krank und Julia war krank. Also, so. Okay, wir sollen jetzt erstmal Don Atilio anrufen. Das machen wir jetzt erstmal. Und die drei. Und die acht. Don Atilio war anscheinend der Vertraute der Mutter. Glaube ich zumindest. Und der Vater. Wie? Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Warum will sie denn jetzt mit den Puppen spielen? Sie hat doch gerade selber festgestellt, dass das halt irgendwie für sie zu schmerzhaft und eigentlich fast unmöglich ist, zu sehr in der Vergangenheit jetzt rum zu wühlen. Herrschaftszeiten. So, Puppentheater. Nochmal ein Puppentheater. Nimm das Fahrrad. Fahr nach San Kaskian. Okay, na gut. Alles klar. So, okay. Könnte jetzt noch diese Nummer anrufen. Die Gotenstellung. Weiter durchziehen. Aber tatsächlich, weiß ich jetzt ja nicht, ob ich das noch will. Weil, wen soll ich denn jetzt hier was durchsagen? Irgendwie. Der Krieg ist voll im Gange. Irgendwie hier brennt alle. Die Waage zu bezweifeln, dass die Panzer immer noch da stehen. So, ich schnapp mir jetzt das Fahrrad und fahr zu Donnen. So. Nochmal ganz kurz Feuerzeug anmachen. Wo ist überhaupt unser Fahrrad? Da. So, okay. Schwuppdiwupp. Anmachen. Und tatsächlich ist mir das jetzt hier gerade ein Happen zu dunkel. Ich stelle mal ganz kurz mein Gamma etwas hoch. Besser. So. Schauen wir mal kurz auf die Map. Okay. Hier geht es also zum. Die Gotenstellung. Ich war da. Ja, man könnte es jetzt machen, aber. Ich sehe jetzt keinen Sinn mehr da drin. Irgendwie nachdem wir uns jetzt die Zähne ausgeschlagen wurden. Irgendwie Fahrrad eh tot ist. Was soll das jetzt irgendwie? Also. So. Okay. Dann biegen wir mal jetzt hier rechts ab. Und fahren in die Stadt. Boy. Das war übrigens ein Spielewunsch von einem aus unserer Community. Von jemandem. Danke dafür. Danke, Herr Junge. Das ist so schlimm, das hätte ich nie im Leben gedacht. Warnung. Das folgende Kapitel erhält eine Szene, die in der Selbstverletzung dargestellt wird. Einige Spieler könnten dies beunruhigen. Möchtest du lieber die zensierte Version ansehen? Ich bin tatsächlich nicht der große Freund von Zensur. Es ist euch überlassen, tatsächlich, ob ihr euch das jetzt geben wollt oder nicht. Der Kanal ist generell grundsätzlich ab 18. Und dieses Video ist auch, wie im Disclaimer schon, ganz klar irgendwie abgerissen. Zeitexplizite Sachen irgendwie. Das ganze Spiel über wurden schon explizite Sachen gezeigt tatsächlich. Und ich bin erstaunt, dass jetzt erst eine Warnung dafür kommt. Da muss man mal auch sagen. Aber wenn jetzt eine Warnung kommt, heißt das für mich tatsächlich am Umkehrschluss irgendwie, was kommt jetzt bitte auf uns zu? Ich fand ja das andere schon, ich fand das mit der Schere schon heftig. Wirklich, wirklich heftig. Also Leute, schneidet euch an. Wenn nicht irgendwie, also ich würde es vollkommen verstehen, wenn ihr vorst kippt oder irgendwas. Aber wir ziehen es. Also wir wollen uns keine zensierte Version ansehen. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Diese Jungs, sie wurden alle getötet und es war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter. Und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling. Aber was hätte ich tun können? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ich liebte meinen Vater. Aber ich liebte auch meinen Freund Lapu. Auf wessen Seite stand ich? Ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde. Aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. Da vorne sind die Deutschen. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht dran vorbeilaufen. Ich würde mal gucken. Kamen wir hier eine Map? Nein, aber nicht. Oh Gott, das sind alle Puppen. Ach du... Wenn ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Oh Gott. Ach du Scheiße. Schande. Na ja, das formuliert mich nicht. Und jetzt ab in den Beichtstuhl oder was? Okay. 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 Ach du... Schischgebab. Ich weiß nicht mehr, wie es abgelaufen ist. Ich erinnere mich nur an ein helles Licht und dann wurden Fotos von mir gemacht. Da war ein weiß gekleideter Mann, ein Arzt, nehme ich an. Er stellte mir Fragen, aber ich verstand sie nicht. Er schrieb etwas auf ein Stück Papier und dann brachten mich zwei Krankenschwestern weg. Okay. Okay. Ich war in der Nervenheilanstalt. an dem sie zu bluten begann. Also fesselten sie sie ans Bett. Sie schrie, fluchte und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, fing sie einfach wieder an. Diese Frau war ich. Ach, komm. Sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Gott, Wirbel. Ich glaube, es hieß Kadia Zul oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück. Sogar stärker als zuvor. Am Ende haben sie jedoch gewonnen. Ich hörte auf, zu schreien und zu masturbieren und ich hörte auf, zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Sprachlos. Wer bist du? Warte. Warte. Ich brauche Antworten. Geh nicht weg. Sprich mit mir über Martha, bitte. Das ist klasse, dass die Puppe in die Behrensprache spricht. Wie Martha. Ich bin Martha. Martha ist tot. Martha existiert nicht. So. Jetzt haben wir halt die Wahl. Wir müssen uns anscheinend jetzt entscheiden, irgendwie sind wir Martha? Existiert Martha und ist tot? Oder hat Martha nicht existiert? Ich kann jetzt tatsächlich wirklich nur einen Impuls folgen und sagen, Martha existiert einfach nicht. Irgendwie, weil und ich beziehe mich jetzt wirklich auf dieses Gespräch, kurz bevor ich die Mutter erschossen habe oder kurz bevor die Mutter erschossen wurde, sagen wir mal so. was auch dafür sprechen könnte, dass ich Martha bin, aber Martha existiert wirklich nicht. Also eigentlich ist A und D wäre richtig. weil Martha wird wahrscheinlich halt ein Teil ihrer Persönlichkeit sein, die sich halt abgespalten hat während dieser Misshandlung. Ich bin Martha. Martha existiert nicht. Eigentlich existiert Martha nicht. Martha existiert nicht. Sie hat nie existiert. Sie ist nur ein Hirngespinst. Unmöglich. Ich erinnere mich an sie. Ich habe sie geliebt. Sie ist ein Teil von mir. Sie ist eine Erfindung. Ja, sie ist eigentlich ein Teil von dir. Sie ist aber auch eine Erfindung. Also... Also wenn wir jetzt halt wirklich straight sein wollen, dann ist sie halt eine Erfindung. Ich muss es akzeptieren. Martha hat nie außerhalb meiner Fantasie existiert. Es ist sinnlos, diese Wahrheit zu leugnen. Das tut extrem weh. Und Mama? Lebt sie? Sie ist tot. Wir haben sie erschossen. Also da würde ich jetzt mal sagen, ja, wir haben sie erschossen. Ich denke, wir haben sie erschossen. Mama ist tot. Niemand weiß das besser als ich. Es ist sinnlos, sich etwas vorzumachen. Ich werde sagen, ich werde sagen, was ich glaube, getan zu haben. Was du getan, was du glaubst, getan zu haben. Ja, ja, ja. Ja, verdammt noch mal, es ist wirklich passiert. Ich habe sie zerteilt und unter der Brücke begraben. Gott, all das Blut. Mein Gott, ich wusste es. Was ist mit Papa? Was ist mit Papa? Was ist mit Papa? Die Soldaten? Ist das wirklich passiert? Ich denke, ja. Also das... Das Haus war komplett durchwühlt. Irgendwie Bomben sind da eingeschlagen. Ich würde sagen, ja, es ist passiert. Es ist passiert. Er wurde direkt vor meinen Augen erschossen. Furcht. Schmerz. Scham. Ich kann es nicht loswerden. Aber ich kann es auch nicht noch einmal durchleben. Leider wusste ich das schon. Was ist mit Nani? Nani ist... Hier geht es gut irgendwie. Wir haben ja nun erfahren eigentlich, dass sie tatsächlich relativ schnell gestorben ist, nachdem wir in ihr Haus gezogen sind. Also nachdem wir die Häuser getauscht haben. In dem Sinne. Sie ist tot. Das ist ein Faktor. Sie hatte wirklich nichts damit zu tun. Aber sie starb in unserer Villa durch die Bomben. Ja. Wir retteten uns für eine Weile, indem wir in ihrem Haus Zuflucht suchten. Privilegien, weil man reich ist. Gefühle zählen allerdings nicht viel. Meine arme Nani. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Lapo ist von den Deutschen erschossen worden. Also ich kann... Warum sollte ich das jetzt... Lapo gibt es nicht. Ihm geht es gut. Er ist tot. Warum sollte ich das jetzt alles anzweifeln, was passiert ist? Also was sollte mir das jetzt bringen, zu sagen, Lapo gibt es nicht. Er ist tot. Ich bin der Meinung, er ist erschossen worden. Also ich sehe auch keinen Grund daran, das anzuzweifeln. Obwohl wir relativ schnell jenesen sind, irgendwie nachdem wir ebenfalls angeschossen sind. Angeschossen wurden. Ja, könnte man ja spekulieren. Also es ist halt... Aber man will natürlich jetzt auch nicht irgendwie als Spielfigur die ganze Zeit immer so... Durch die Spielwelt, humpeln von Naja, sind sie vielleicht nicht drauf einjangen auf die Verletzung. Ich denke, er ist tot, weil wir waren noch am Grab. Und wir haben den Brief gefunden. Er ist tot. Lapo ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Landmine? Ich dachte, er ist erschossen worden. Mein lieber Freund. Armer Junge. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Stimmt, das war die Explosion. Eine Explosion. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Tja. Habe ich jetzt mein eigenes Kind verloren? Es gab keine Schwangerschaft. Wenn Martha nur schwanger war. War Julia denn schwanger? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Und ich fürchte fast, sie war schwanger. Ich war schwanger, aber dann hatte ich eine Fehlgeburt. So viel Blut an dem Morgen. Dann beschloss mein Verstand, dass die Dinge anders abgelaufen waren. Wer weiß, was ich noch alles verheimlicht habe. Das reicht jetzt. All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Es steckt alles in uns drin. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? Nichts weiter als ein Puppentheater. Ja, das mag alles sein, aber oh Gott, sie zieht sie durch den Spiegel. Mit offenen Armen für alles bereit. Sogar zum Töten. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wie YouTube reagiert. Irgendwie, ob die uns jetzt claimen jetzt deswegen irgendwie oder striken für dieses Video. Ich weiß nicht, ob wir es zensieren werden. Aber es ist eine Puppe. Beine immer bereit zum Laufen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Und schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen, wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Der Puppenspieler wird zur Puppe. Oh Gott. Oh nee. Mmh. 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 Am 26. Juli wurde San Casano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. Die Bomben hatten mich nicht umgebracht und ich habe auch mich selbst überlebt. Der wahrlich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei. Sowohl da draußen, als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores, aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Wir denken, die Gefahr lauert überall darauf, zuzuschlagen. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind. Dass Sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es nach Haus? Wie lange dauert es nach Haus? Amen. Alter. Alter, was ist das für ein Spiel, bitte? Oh Gott. Alter. Ja, tatsächlich, wenn wir die Adresse unten nochmal in die Beschreibung des Videos reinmachen, irgendwie, wie es schon da steht. Leute, wenn ihr jemanden kennt, der Probleme hat oder merkt, dass Kinder nicht so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten, wendet euch an diese Leute und helft dem Kind. Daher geht's, tatsächlich. Das war eine krasse Story und das war eine richtig krasse Inszenierung. Also, tatsächlich muss ich das jetzt erstmal sacken lassen. Und das Schlimme ist, dass das passiert, jetzt hier nicht nur im Spiel, das passiert jetzt eigentlich viel zu häufig und viel zu oft, immer noch irgendwie, nicht nur damals. Und das ist schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Happy End war, was wir jetzt hier erspielt haben. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt mehrere Enden erspielen kann, aber ich denke schon, das war unser Durchlauf. Das war Martha is Dead. Wenn ihr wollt, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin gespannt. Ciao. Untertitelung. BR 2018